Herzlich willkommen im Nachtcafé hier aus dem alten E-Werk in Baden-Baden. Mein Körper, mein Kapital, das ist unser Thema heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich freue mich auf diese Gäste. Fernsehmoderator Daniel Aminati verspricht mit seinem Fitnessprogramm einen Traumkörper in acht Wochen. Auch in seinen eigenen Körper investiert er viel und ist damit sein bestes Aushängeschild. Lange eiferte Carina Möller-Mikkelsen dem Schönheitsideal eines schlanken Körpers nach und quälte sich für eine Karriere als Bodybuilderin. Wie sich ihre Ansichten gewandelt haben und sie zum Curvy-Model wurde, das erfahren wir heute von ihr. Für den Telekom-Manager Ferry Abolhassan fängt der Tag stets auf der Laufstrecke an. Neben dem persönlichen Ausgleich ist für ihn klar, beruflicher Erfolg und sportliche Leistungsfähigkeit sind eng miteinander verbunden. Die Comedian Meltem Kaptan lehnt den zunehmenden Fitness- und Selbstoptimierungswahn ab und fühlt sich mit ein paar Pfunden extra rundum wohl in ihrem Körper. Kurt Oberländer tut alles, um dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Sechsmal pro Woche Fitnessstudio, siebenmal Radfahren und auch die eine oder andere Schönheits-OP. Er ist sicher, genau deshalb steht er noch immer als Entertainer auf der Bühne. Der Historiker Prof. Dr. Jürgen Matschukat ist überzeugt, dass wir heute in einem Zeitalter der Fitnessleben, der Körper als Zeichen für Leistung und Erfolg, der Körper als Kapital. Erstmal herzlich willkommen an alle. Herr Oberländer, wie sehr trägt denn die Fitness und ihr Körper dazu bei, dass Sie so ein cooler Typ sind? Ja, also von mir aus gesehen ist die Fitness Gesundheit. Und Gesundheit ist Kapital. Weil da muss man schon schauen, wenn man über 85 ist, da fängt es an langsam, da bekommt man verschiedene Wehen da und dort. Und ich gehe daher sehr viel ins Fitness. Ich schaue, dass meine Muskulatur stark bleibt und auch meine Ausdauer. Das ist Ihnen ja offensichtlich gelungen. Kann man denn auch ein cooler Typ sein, ohne so ein Body zu haben wie er oder Herr Aminati oder? Was guckst du mich denn da jetzt an? Ich frage nur so allgemein. Ich frage nur ganz allgemein. Ich habe mich jetzt mal ganz preis gedust. Ja, ja, ist okay. Ja, also ich komme ja tatsächlich aus einer sehr sportlichen Familie. Und ich finde, ich unterstreiche das. Fitness ist wichtig. Sport ist auch wichtig. Und aber jeder hat so seine Range. Also jeder hat so seinen Wohlfühlkörper. Und ich glaube, man kann tatsächlich auch fit sein und quirlig sein, wenn man mehr hat. Aber auf die Gesundheit kommt es tatsächlich an. Und wenn die Gesundheit unmittelbar wirklich damit zu tun hat, dass man abnehmen muss, wenn es einem vom Arzt gesagt wird, wäre ich der Letzte, der das dann boykottieren würde. Ja, Herr Abul Hassan, Sie sind Manager bei der Telekom, haben Verantwortung für über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Könnten Sie erfolgreich sein, ohne fit zu sein? Nein. 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 Wobei das für mich nicht unbedingt direkt mit Sport oder dem Thema Fitnessstudio zu tun hat, sondern das ist in der Tat. Und ich glaube, da bin ich ganz im Konsens mit allem, was gesagt wurde. Das ist ja die Frage, bin ich für mich selbst im Reinen, bin ich in der Balance, fühle ich mich wohl und kann ich dann auch Energie entwickeln? Und für mich ist ganz wichtig auch zu sagen, bin ich in meiner, bin ich in in der Energie und dazu gehören viele, viele, viele Dinge mehr übrigens als Sport. Aber eine Fitness in diesem Sinne interpretiert, die ist absolut zwingend. Wir haben ja auch Schönheitsideale. Wir sehen das immer wieder in der Werbung. Wie schnell kann daraus auch ein Druck zum Beispiel für Jugendliche entstehen, diesem gerecht zu werden? Super schnell. Also ich habe die Erfahrung tatsächlich auch selbst gemacht. Gerade dadurch, dass du die Werbung schaust, sei es im Fernsehen, sei es auf Zeitschriften, sonst wo. Da hatte ich früher immer das Gefühl, okay, ich bin nur schön, wenn ich dünn bin und wenn ich dieses Tidegap zwischen den Beinen habe, also diese Lücke. Und das hatte ich halt nicht. Und das hat mich persönlich damals schon sehr unter Druck gesetzt. Also ich dachte, okay, nur dann bin ich schön, wenn ich das habe. Herr Aminati, Sie sind Moderator, Tänzer, Schauspieler, Sänger und weil das auch noch nicht reicht, haben Sie 2005 noch so ein Fitness- und Ernährungsprogramm gestartet, online. Ja. Warum ist Ihnen Fitness so wichtig? Na, wir sind Energiewesen und dementsprechend ist es wichtig, dass wir in einem guten Haushalt mit uns umgehen. Das heißt, Körper und Geist ist untrennbar voneinander nicht vereinbar und dementsprechend finde ich, dass Körper und Geist geschult werden darf und Beachtung bekommen darf. Und das jeden Tag. Und dementsprechend... Ist es denn für Sie als Moderator auch wichtig, das Äußerliche, also Körper und Geist ist das eine, aber auch das Äußerliche dann eben zeigen zu können? Na, ich glaube, wenn wir auf der Bühne stehen, werden wir gesehen und wir wollen uns wohlfühlen. Ich meine, schlussendlich wollen wir uns alle wohlfühlen. Das ist, das sollte das Grundgefühl sein. Aber wenn wir natürlich tagtäglich vor der Kamera stehen oder auf der Bühne stehen, dann gibt es natürlich auch ein gewisses Ideal. Und ich muss gestehen, als junger Bursch habe ich schon sehr, sehr viel Sport gemacht und dementsprechend, das hat mich auch damals vor sehr viel Ungemach ferngehalten, weil ich auch zum Teil in Gegenden aufgewachsen bin. Gut, war jetzt nicht so lustig und dementsprechend war der Fußball für mich damals schon ein wunderbares Ventil. Und ich bin dem Sport in vielen Momenten treu geblieben und habe einfach gemerkt, dass mir das extrem gut tut. Ich habe mich aber auch in manchen Momenten verloren in dem Sport, weil es nur noch um die Äußerlichkeit ging. Je älter ich wurde, desto mehr schafft man sich auch Gegenwelten und begreift einfach auch, dass die äußere Hölle jetzt nicht alles ist. Also ist Ihr Körper Ihr Kapital oder nicht? Mein Körper ist mein Kapital. Schon? Ja. Also ist ein Investment in Ihre berufliche Perspektive? In meine berufliche Perspektive, aber ich unterstreiche die These, dass jeder in seinen Körper investieren sollte, weil was ist das Wichtigste im Leben eines jeden Menschen? Das ist er selbst. Wenn Sie Ihr Leben schon ansprechen, Sie hatten ja früh Erfolg, schon in den 90ern waren Sie Teil der Boy-Group Bed & Breakfast. Oh yeah. Oh yeah, der ist gleich schon wieder sehr cool. Hier sieht man glaube ich auch der Blonde rechts. Der schwarze Blonde. Wie das halt so ist. Genau. Oh Gott. Oh mein Gott. Wie leicht fiel Ihnen das eigentlich da nicht abzuheben in dieser Zeit, dann auf einmal so einen Erfolg zu haben? Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, die, sagen wir mal, nicht ganz so einfache Vergangenheit sehr ärmlich gewesen. Dann auf einmal, sagen wir mal, nicht von heute auf morgen, aber es war dann schon so, dass ich auf einmal mit 21 ja zu Wohlstand gekommen bin. Und Geld darf auch gelernt werden, damit umzugehen. Und ich wurde zu meinem eigenen Klischee. Sprich, ich habe mich da sehr verloren und dachte, wow, ich habe Kohle, also bin ich. Und dann bin ich ganz schön auf die Fresse gefallen und habe so dieses typische Rock'n'Roller-Leben gelebt. Und dann war der Erfolg auf einmal weg und was blieb mir dann? Gar nichts. Also dann sind Sie ein Loch gefallen nach dem Ausstieg auch? Dann bin ich in ein Loch gefallen und ich muss dann auch sagen, dann gab es irgendwann mal für mich die Entscheidung, entweder gebe ich jetzt auf oder ich gehe nach vorne. Und ich habe mich glücklicherweise für das Zweite entschieden. Und das fing auch damit an, dass ich gesagt habe, so jetzt stelle ich mir auch wieder den Wecker. Ich schlafe jetzt nicht bis elf, lese dann mal irgendwie gemütlich die Zeitung und ja, lasse den Tag irgendwie so an mir vorbeistreichen. Sondern ich habe dann gesagt, ich krempel die Ärmel hoch. Und Sport war für mich ein, ja, ein Tool, um mich wieder in die richtige Richtung zu schieben. Und dann haben Sie, glaube ich, auch mit dem Boxen angefangen? Und dann habe ich mit dem Boxen angefangen. Das heißt, ich habe mich aber, mir ging es nicht darum, in irgendeiner Form wem anderen was zu beweisen, sondern der Boxsport, das war eine Challenge und ist nach wie vor eine Challenge für mich. Aber ist schon so ein bisschen Rocky Balboa, oder? Also er war am Boden, keiner rechnet mehr mit ihm, dann sechs Uhr, er läuft auf die dunkle Straße, Aminati ist wieder da. So ungefähr. Aber ich glaube fast auch, wenn die Nuancen natürlich bei mir vielleicht andere sind, aber die Geschichten sind überall dieselben. Wenn Sie sagen, früh raus, Sie sind ja heute immer noch so, dass Sie Frühsport machen. Was heißt früh? Jetzt ist es inzwischen fünf Uhr. Ja, weil der Tag hat natürlich nur begrenzt Stunden. Und dementsprechend ist es so, dass von fünf bis acht, das ist so, ich nenne sie meine Quality Time. Ich gehe aber auch zeitig ins Bett. Das heißt, meine Liebste und ich, wir sind um zehn, also 22 Uhr abends in der Koje und mir reichen dann diese sieben Stunden in der Regel. Und dann ist es bei mir so, dass ich um fünf Uhr aufstehe und ich habe meine Rituale. Das heißt, ich meditiere, ich schreibe und ich mache Sport. Das sind so die drei Stunden, die ich für mich habe. Und bis acht Uhr habe ich auch wirklich dann auch das Telefon ausgeschaltet und ich bin dann für mich. Und das ist ein guter Start für mich in den Tag, einfach weil es was mit Achtsamkeit zu tun hat. Es ist eine Verabredung mit mir selber. Und ich finde, diese Momente sollte jeder versuchen zu leben. Natürlich drei Stunden in der früh kann ich jeder. Und wenn Sie mal keine Lust haben, fünf Uhr und denken, ach nee, bleiben Sie liegen oder tricksen Sie sich irgendwie aus? Natürlich trickse ich mich auch aus, weil wir sind alle keine Roboter. Manchmal ändere ich das Programm. Es ist aber auch manchmal so, dass ich nicht dieses Trainingspensum absolviere, wie ich es normalerweise tue, sondern ich sage, okay, ich fühle in mich hinein. Wie fühle ich mich? Ich habe heute keinen Bock. Was mache ich dann? Wäre schon schön, weil wie fühle ich mich danach? Ich fühle mich gut. Okay, weißt du was, Daniel? Mach nur eine halbe Stunde oder mach nur das Aufwärmprogramm. Oder weißt du, ich stretch heute ein bisschen und dann mache ich ein bisschen und dann stelle ich oft fest, ich ziehe dann doch das Training durch. Ich gebe zwar dann nicht immer 100 Prozent, muss man auch nicht, aber wichtig ist die Konditionierung beibehalten. Behalten. Just do it. Das ist ein guter Claim. Wie eitel sind Sie? Ich bin eitel. Ich will es aber nicht in diese narzisstische Ecke schieben, sondern ich gebe Acht auf mich. Und das ist gut. Also nicht so im Sinne, Sie stehen vor dem Spiegel und sind schon ein bisschen verliebt in sich, wenn Sie so gucken. Ach, manchmal schon. Ich bin ja seit anderthalb Jahren wieder liiert mit meiner lieben Patrice und wir haben es uns auch in den letzten Monaten schon gut gehen lassen. Und das war dann nicht mehr so, hey Danny, okay, fuck, ich gehe mal vom Spiegel weg. Also jetzt greife ich da mal wieder an. Und ja, es sind bei mir auch immer Phasen. Also ich lasse es mir auch immer mal wieder gut gehen. In der Regel ist es so, dass ich aber von Montag bis Samstag recht diszipliniert lebe. Am Sonntag ist mein Cheatday, da lasse ich es krachen. Herr Steinbrecher, kommen Sie mal vorbei. Dann geht es richtig. Ja, klar, weil wir müssen uns auch immer wieder auch belohnen, Auszeiten gönnen, den Stoffwechsel auch immer mal wieder aufwirbeln. Nichts ist so langweilig wie Gewohnheiten, aber manchmal Gewohnheiten brechen ist schon auch ganz gut. Ich habe ja gesagt, vor fünf Jahren haben Sie dieses Fitnessprogramm gestartet. Das heißt, Sie sind in gewisser Weise auch Teil der Fitnessindustrie. Sie investieren nicht nur in Ihren eigenen Körper, sondern Sie profitieren auch davon, dass Leute sagen, ach ja, ich könnte auch mal wieder was tun. Absolut. Und so sieht das aus, wenn Sie in Aktion sind. Let's go! Auf den Boden! Dritte Runde. Einmal noch. Komm! Training Nummer 11! Also Sie motivieren auf jeden Fall ganz gut. Und das Beispiel, wo man hin will, sieht man ja, wenn man Ihren Oberkörper dann da so vor sich hat. Leben Sie auch so ein bisschen davon, dass Menschen dann diesem Schönheitsideal auch nacheifern? Ja, ich denke schon, dass jeder gewisse Vorstellungen hat. Und ich finde das auch extrem wichtig, dass egal, ob es der Körper ist oder ob es der Beruf ist, sich Ziele zu stecken, ist es immer wunderbar. Weil schlussendlich, wo willst du hin? Was ist deine Motivation, wenn ich morgens aufstehe? Wenn ich für mich kein Ziel habe, dann ist es so, wie wenn ich irgendwie im Auto sitze und nicht weiß, welches Ziel ich anpeile. Sagen Sie, wer nicht fit ist, schöpft sein Potenzial nicht aus? Ich denke, er schöpft sein Potenzial nicht aus, weil wo ist die Kraftquelle? Das ist der Körper. Ist eher das wandelnde, schlechte Gewissen für alle Menschen, die denken, wenn ich mehr tun würde, könnte ich auch so aussehen, Frau Mikkel? Das wandelnde, schlechte Gewissen würde ich nicht sagen, sondern eher die Möglichkeit, es mal in Angriff zu nehmen. Aber jeder hat natürlich diese Eigenverantwortung für sich zu sagen, okay, wo möchte ich mit meinem Leben und meinem Körper eigentlich hin und auch gesundheitlich? Und möchte ich dem folgen oder möchte ich die Füße hochlegen auf der Couch? Wenn sich jemand wie er bei Ihnen bewirbt und man sieht, vielleicht noch irgendwo kommen Sie zufällig auf so ein Oberkörperfoto, sagen Sie genau der Richtige für uns oder sagen Sie einer, der so viel Zeit da investiert, der hat ja gar keine Zeit mehr zum Arbeiten. Aber er steht ja nachts auf. Ist auch wahr. Also es ist, glaube ich, zu platt zu sagen, gehst du nur nach der Optik und gehst du nur nach dem Aussehen. Aber sicherlich erst mal so eine, wenn ich diese Story hören würde von eben, also da war ich total begeistert, diese Struktur in den Tag zu geben, das hilft auf jeden Fall auch. Und das ist sicherlich auch für jedes Unternehmen erst mal ein Grund, sich mit jemand auseinandersetzen. In jedem Fall. Wie sehr kriegen Sie so mit, dass Fitness und Fitsein und diese körperlichen Ideale immer mehr, also einen Stellenwert haben? Also was ich finde, wie Herr Aminati, der liebe Daniel das gerade erzählt hat, wenn man sagt, das ist wirklich die Zeit für mich selber. Und das auch, ich schreibe, das hast du ja gerade sehr schön erzählt, wo man merkt, okay, das ist wirklich eine Zeit auch der Achtsamkeit und wo man in sich hineinhört. Und was ich auch sehr schön fand, wo du gesagt hast, heute habe ich keine Lust. Das heißt, der erste Weg mal zu gucken, wie weit will ich eigentlich gerade gehen. Und was aber sehr oft passiert, was ich so, gerade auch jetzt in der Online-Welt, was man halt so wirklich sieht, dass es irgendwann fast schon einen Warnzustand bekommt. Das heißt, es gehen die Leute nicht mehr diese, ich sag mal, interne Referenz, zu gucken, okay, mein eigener Maßstab, was tut mir eigentlich gut, wie weit will ich eigentlich gehen, wo sind meine Ziele, ist nicht mehr gegeben. Sondern es geht vielmehr darum, wie viel kann ich jetzt da draußen noch damit mehr prahlen, angehen, was macht der andere. Und wie sind meine Werte, wie ist der Puls, wie ist der Puls, ist der besser als der von meinem Nachbarn oder ist der so und wie viele Liegestütze kann ich und so weiter. Und warum ist der so viel besser in Shape. Und dieses ständige sich, glaube ich, messen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, dann verlässt man sich ja auch damit, letztendlich. Und dann wird es tatsächlich, und ich kenne sehr viele Leute, bei denen es so ist, wo es wirklich zu einem Wahn wird. Und wo sogar Ärzte sagen, es ist ja zu viel für deine Konstitution und deinen Körper, diese Sportart weiterzumachen. Aber sie können nicht anders, sie hören auch nicht mehr drauf. Und dann kippt es in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig. Haben Sie den Eindruck, das ist noch aufzuhalten, dieser Trend zu dieser Selbstoptimierung? Es ist ja überall, es ist ja Selbstoptimierung tatsächlich gerade auch Influencer und Co. Wir sind, glaube ich, und gerade in Deutschland in einer Gesellschaft, wo wir uns sehr viel vergleichen. Und das ist nicht nur im Sport so. Es ist ja tatsächlich, wenn man alleine die Fernsehlandschaft anguckt, also mein Kind, dein Kind, wer erzieht das Kind besser? Drei Hochzeiten, eine Traumreise, wer hat die schönere Hochzeit, wer hat das schönere Brautkleid? Alle Castingshows. Ja, wer hat das bessere Lokal, wer kocht besser, wer hat das bessere Hotel? Wer ist der bessere Turmspringer? Genau, und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also tatsächlich, es geht ja darum, wirklich so einen individuellen Konsens zu finden und zu sagen, okay, bei sich zu bleiben und viele Sachen, die Achtsamkeit sind oder Yoga, wo man dann zu Yoga-Retreats geht und sich auch nur noch vergleicht, haben nichts mit Achtsamkeit zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, wo man genauer hingucken muss. Wir haben auch einen Experten hier heute bei uns, und zwar jemanden, der sich als Historiker mit dem Zeitalter der Fitness beschäftigt hat. Erstmal herzlich willkommen, Herr Matschukat. Ja, vielen Dank. Dieser Fitnesstrend, der fitte Körper, das ist ein Versprechen, worauf? Was verbinden wir heute eigentlich damit? Eigentlich liegen die ganzen Argumente tatsächlich auf dem Tisch. Also wir verbinden damit Leistungsfähigkeit, wir verbinden damit Gesundheit, und zwar eine Form von Gesundheit, auf die ich selber Einfluss nehmen kann. Das ist ganz wichtig, also dieses Einfluss nehmen können auf sein eigenes Leben und auf das, was mit einem passiert. Und das bildet sich dann eben am Körper ab. Und der Körper steht auch irgendwie dafür, dass ich das kann, dass ich eben in der Lage bin, ein strukturiertes Leben zu leben, richtige Entscheidungen zu treffen, mich gut zu ernähren, meine Gesundheit zu pflegen. Es hat ja schon mehrfach so einen Fitnesstrend in der Gesellschaft gegeben, am Anfang des letzten Jahrhunderts, dann in den 70er Jahren. Wenn Sie den Wandel beschreiben, zitieren Sie auch manchmal einen Film, Wall Street, mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Was haben Sie da beobachtet? Welche Bilder haben sich in dieser Zeit auch verändert? Naja, also das ist dann der klassische Manager-Typ, der sich eben so ab den 70er, 80er Jahren anfängt herauszubilden. Da wird es für den erfolgreichen Manager immer wichtiger, nicht der Typ zu sein, der mit dickem Bauch und Zigarre letztlich seine Erfolge feiert. Ja, wo das dann lacht. Gibt es das noch mit dicken Bauch und Zigarre? Ja, im Schnitt weniger. Im Schnitt weniger, also kaum, ja. Also wo eben eine ganz andere Körperform für Erfolg steht, nämlich dick sein und das fängt an in den 70er, 80er Jahren zu kippen. Der erfolgreiche Manager ist dann eher derjenige, der das Laufband in seinem Büro hat und währenddessen die Aktienkurse auf dem Monitor anschaut. Vielleicht noch nicht 1980, die Aktienkurse auf dem Monitor, online und so, aber dann auf die Wall Street schaut und gewissermaßen das Arbeiten am eigenen Selbst und am eigenen Körper ist dann auch Ausdruck der Fähigkeit, in der Geschäftswelt umsichtig zu agieren. Und gilt das jetzt für alle? Also mein Körper, mein Kapital, gilt das in gewisser Weise für alle jetzt heute mittlerweile? Naja, nichts gilt für alle. Es ist schon eher, glaube ich, ein Phänomen, was zuerst mal in so etwas, was man als die Mittelklasse beschreiben könnte, sehr stark um sich gegriffen hat. Es ist aber zum Beispiel eindeutig so, dass sich die Bedeutung von dick sein verändert hat. Also während dick sein früher ein Zeichen von Erfolg eher gewesen ist, ist es heute eher ein Zeichen oder wird als Zeichen oft gedeutet, falsche Entscheidungen getroffen zu haben in seinem Leben. Und also die Stigmatisierung von dicken Menschen ist immens groß. Nun ist es ja auch so, dass mittlerweile fast die gesamte Gesellschaft in irgendeiner Form was mit Sport, Wettbewerb und so weiter zu tun hat. Ja, Abul Hassan hat Sneakers an, ja, also auch nicht mehr die üblichen Lackschuhe von früher. In der Jugendkultur haben wir natürlich auch ganz viel Sportindustrie, Sportartikelhersteller. Es gibt die TV-Formate, die entsprechend auf Wettbewerb getrimmt sind. Wie mächtig ist der Sport und ist diese Sportindustrie mittlerweile in unserer Gesellschaft? Also das ist immens. Und auch das hat sich seit der Zeit entwickelt, dass eben Menschen, die da sehr aktiv sind, dazu beitragen können, tatsächlich auch einen Sportmarkt zu prägen. Also eines der besten Beispiele ist für mich immer noch Jane Fonda und Aerobic. Also vor Jane Fonda und Aerobic kannte man keine Legwarmers und keine engen Leotards und sowas wie Spandex war auch noch nicht in. Also diese Fitnesskultur durchzieht eben auch auf dieser Modeebene sehr stark unseren Alltag. Und dann als ein Markt ist das natürlich von immenser Bedeutung, also von Nahrungsergänzungen über Carbon-Fahrräder bis zu Wanderurlauben, die in den 70er, 80er Jahren eher was für die verstaubtere Großelterngeneration waren und die heute unglaublich en vogue sind. Herr Matschukat, wir kommen immer wieder zu Ihnen zurück, aber vorher nochmal zu Ihnen, Herr Aminati. Wir haben es ja schon angesprochen, es gibt visuelle Medien, es gibt Instagram, es gibt die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke, es gibt Werbung. Wie sehr führt das alles zu diesem ständigen Vergleichen? Passe ich in dieses Bild oder passe ich da nicht rein? Ich glaube, wenn wir uns, wenn wir da ganz ehrlich sind, es geht, da fängt auch Unglück an. Sie haben es eben schon gesagt. Kannst du mir gerne duzen, paar. Darf ich Sie duzen? Hallo, ich bin der Daniel. Ja, hallo Dan. Hallo, Madame. Der Vergleich, wenn der Vergleich aufploppt, dann fängt gleichsam Unglück an, weil du dich von dir entfernst. Und ich sehe es gerade mit großer Besorgnis, in welche Richtung wir da abdriften, weil es geht wirklich nur noch um Challenge. Challenge ist gegeneinander. Ja. Und das, was wir alle tun sollten, ist miteinander. Und deswegen ist das für mich eine, das impliziert für mich was Falsches. Und Unterhaltung hin oder her, aber ich finde, da dürfen wir auch ein bisschen verantwortungsvoller mit umgehen. Und ich glaube, gerade als junger Mensch, puh, da ist man ganz schön lost. Wie sehr kriegen Sie das mit, dass es auch Menschen gibt, die dann sagen, ach, hier habe ich ein Fettröllchen, das verstecke ich jetzt mal und all das? Das Lustige ist, ja, Michael, das Lustige ist, also klar, Backstage sehe ich das ja schon bei meinen Kolleginnen, die wirklich schlank sind, wo ich sage, 90, 60, 90. Die machen sich teilweise einen größeren Kopf als ich mit ihren Spanx und ihren Alleswirt und dann soll ich nochmal gegenchecken, ob das Bäuchlein tatsächlich. Und ganz ehrlich, ich habe da, wo ich sage, hey, also ich habe diese Röllchen, was soll ich denn da noch verstecken? Und tatsächlich bin ich, glaube ich, in dem Fall nicht so verkrampft. Das merke ich schon sehr oft. Und dadurch, dass die sich natürlich mit dem Attribut Schönheit aber auch identifizieren und sich damit vielleicht auch vermarkten, ist das natürlich was anderes. Aber das habe ich ja nie getan. Ich habe nie gesagt, ich gehe auf die Bühne, damit mich Leute schön finden oder dass ich irgendwie meine Weiblichkeit zeige. Sondern ich bin weiblich so, dafür kann ich nichts, ist einfach so. Aber es ist tatsächlich, ich möchte eher mit meinem Inhalt, mit dem, was ich sage und mit ganz anderen Sachen eigentlich. Haben Sie denn auch so ein Schönheitsideal, dass Sie sagen, ich finde zum Beispiel kurvige Frauen besser? Total. Ich finde, schau sie dir mal an. Das ist doch toll. Also ich tatsächlich, ich selber, und da ist wirklich Geschmack und Schönheit liegt wirklich im Auge des Betrachters. Aber ich selber, wenn ich Frauen sehe, und ich bin ja auch ein Ästhet, da sage ich, okay, da ist was dran, das ist doch schön. Also ich mag weibliche Kurven auch. Und ich muss selber sagen, ich fühle mich nicht unattraktiv. Und ich habe nicht das Gefühl, also ich habe immer schon Zuspruch gekriegt von Männern und tatsächlich auch für meine Figur. Mein Mann hat mich auch so kennengelernt und so liebengelernt. Du hast auch eine Bombenausstrahlung. Ja, das ist echt eine tolle Energie. Danke. Aber das ist tatsächlich, also deshalb, ich glaube, das ist so unterschiedlich und auch kulturell unterschiedlich. Es gibt Länder, das haben wir ja vorher auch schon, wo man hinfährt und da ist genau, da wollen die das. Das ist dann tatsächlich für die ein Zeichen für Wohlstand, gut ernährt. Das ist super. Und in anderen Ländern ist es halt eher ein anderes Ziel. Also das kann man nie so pauschalisieren. Sie haben ja auch schon gesagt, Sie kommen aus einer sportlichen Familie. Ihre Mutter war Sportlehrerin. Die ist aber jetzt auch für Liga. Ihr Vater, kurz sogar Fußballprofi. Ihre Schwester ist Tänzerin und Sportwissenschaftlerin. Wir sehen hier auch noch ein Foto von ihr. Also Respekt schon da. Schlummert denn diese Sportbegeisterung in Ihnen auch? Ich bin tatsächlich, meine Schwester und ich, wir tanzen unfassbar gerne. Und wir sind beide, wir sind quirlig. Und ich glaube, wenn man mich auf der Bühne sieht, dann ist es tatsächlich, dann merkt man auch, dass ich gar nicht diese vierte Wand habe. Sondern ich gehe zum Publikum, setze mich bei jemandem auf den Schoß, gehe wieder zurück. Und bin, glaube ich, werde sehr oft auch als quirlig und teilweise auch als flummi. Also ich habe sehr oft auch so, es ist sehr flummi gehört. Das heißt, meine Mutter zum Beispiel, auch nur eine proper Frau, ist aber tatsächlich auch sehr, sehr energetisch. Und deshalb, ja, energetisch sein und Energie ist tatsächlich sehr wichtig. Nichtsdestotrotz wird natürlich Frauen, die mehr haben per se, immer auch unterstellt, das ist dieses Klischee, faul zu sein. Und das ist nicht so. Ich bin sehr biegsam. Ich mache Bauchtanzübungen mit dem Publikum und die wundern sich immer, wie sehr ich nach hinten gehen kann. Und solche Geschichten. Das heißt, Bewegung, Tanzen, all das ist unfassbar wichtig. Und es geht auch mit einer anderen Statur, definitiv. Wenn wir auf Sie nochmal zurückschauen, ist es richtig, dass Sie als Kind sogar sehr dünn waren, wenn nicht sogar zu dünn? Ich war zu dünn, ich hatte richtige Stelzenbeine, so richtig stelzig. Und der Arzt hat gesagt, mein Gott, dieses Kind, also die wird nicht mal richtig laufen können, die ist so dünn. Wir müssen da jetzt mit Appetitspritzen arbeiten. Und sie haben gewirkt, nur ein paar Jahre später. Ich sage Ihnen mal so. Und tatsächlich, und so kann das wirklich kommen. Und ich muss sagen, vieles ist natürlich, sind auch die Gene. Also meine Schwester kommt komplett nach meinem Papa. Und ich komme halt einfach, meine Mutter ist fit, aber auch proper. Und wir haben ja beide, meine Schwester und ich, die gleiche Küche genossen. Und dazu muss ich auch sagen, wir haben eine sehr gesunde Küche genossen. Und wenn man mich jetzt mit einem Einkaufswagen erwischen würde, da kann man gerne mal reingucken. Es ist so gesund und ich kenne mich unglaublich gut aus mit Nährwerten, Lebensmitteln und so weiter. Was die können, was die auch im Körper bewirken. Und auch in meinem Kühlschrank ist das verdammt gesund. Aber ich habe einen anderen Stoffwechsel, ich habe eine andere Konstitution. Und ich kann immer auch sagen, wenn jetzt eine Fee kommen würde und sagen würde, ich schnippe sie jetzt 10 Kilo weg, würde ich sagen, nein, würde ich annehmen. Weil da würde ich mich natürlich auch nochmal klar, ich habe weniger Gewicht, was ich rumtrage. Natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nie jemand, der schlank sein kann. Und ich mache mir da keine utopischen, ich habe mich so angenommen, aber natürlich habe ich meine Range. Ich kann mal 10 Kilo oder 20 Kilo zunehmen oder abnehmen. Sie haben ja auch Ihre Eltern angesprochen, die stammen aus der Türkei, Sie waren da ja auch oft im Urlaub. Wie sehr hat das auch so Ihr Bild von Körperlichkeit nochmal geprägt, auch diese Kultur kennenzulernen? Also die türkische Kultur, so wie ich sie wahrgenommen habe. Immer wenn wir in der Türkei waren, wir waren jedes Jahr dort und sehr lange dort und ich hatte meine ganzen Kumpels dort und Freundinnen. Und es ist tatsächlich eine Kultur, die das, was sie optisch sieht, auch gerne anspricht. Das heißt, man macht da keinen Heel draus. Hier neigen wir sehr oft dazu, dass wir sagen, okay, ich sehe, meine beste Freundin hat irgendwie total abgenommen oder total zugenommen. Sollte ich das jetzt ansprechen oder besser nicht? Dabei kann man ja ganz genau fragen, ich sehe dich doch, das ist doch offensichtlich. Warum? Was ist denn, du hast jetzt mehr, warum? Gibt es dafür einen Grund oder auch nicht? Und in der Türkei, da grüßen sie dich noch nicht mal, du kommst am Flughafen an und sie sagen, ja, du hast aber zugenommen. Hi! Das heißt, und das war für mich irritierend als junges Mädchen, aber ich merkte, dass es mir gut tut, mich mit meiner körperlichen Wahrnehmung zu beschäftigen, mich mit meinem Körper zu beschäftigen, zu sagen, ja, ist mehr. Und dann kamen süße türkische Omis, die gesagt haben, ja, du hast mehr, aber steht dir gut. Und dieses Fremdbild auch, gerade als junges Mädchen, wenn du merkst, der Körper verändert sich, das brauchst du, du musst es hören, dass es okay so ist, wie es ist. Und ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Wir reden ja heute über mein Körper, mein Kapital. Ja. Jetzt ist es so, Sie sind ja auch erfolgreich als Comedian, als Schauspielerin, als Moderatorin. Ist Ihr Körper, ist Ihr Äußeres, ist die Art, wie Sie auftreten, nicht auch schon Ihr Kapital, der Typ, der Sie jetzt sind? Es gibt ja sowas wie positive Diskriminierung. Wenn ich jetzt Gärtenschlank wäre, würde ich heute nicht hier sitzen zu diesem Thema, wie auch immer. Wow, you never know. Wer weiß. Wer weiß, was Sie dann zu sagen haben. Das Ding ist tatsächlich, ja, also es ist so, ich verkörper dann auch die Gemütlichkeit vielleicht für einige und das Nichtgefährliche. Ich merke, dass es der Comedy sehr gut tut, weil gerade die Frauen, die die Herren dann zur Show schleppen, sehen mich nicht potenziell als jemand, der den Mann wegschnappt. Wer weiß, vielleicht würde ich es trotzdem tun, aber das denkt keiner. Das heißt, das heißt, das ist so wirklich so, man wird sehr schnell als die Ungefährliche mit den Bäckchen und als Kumpeltyp hergestellt. Und das gibt natürlich auch dieses Image von, mit der kann man gut um die Häuser ziehen und die ist, ich kann mich bei der fallen lassen und sie ist keine, die meinen Körper wertet. Und ich glaube, so bin ich tatsächlich, also ich würde keinen werten. Mein Mann hat auch mal zehn Kilo wenig oder mehr gewunken, ist es für mich der gleiche Mensch. Ich liebe ihn so und das ist, ne, und deshalb glaube ich, das verkörper, oder das kommt so rüber, das kann sein. Sie haben jetzt gerade von einer positiven Diskriminierung gesprochen. Es gibt ja nun auch Menschen, die also wirklich diskriminiert werden, weil sie nicht in dieses Bild passen. Wie erleben Sie das zum Beispiel bei adipösen Menschen? Wie werden die behandelt in dieser Gesellschaft? Ich meine, das Netz, da müssen wir nicht drüber reden, das Netz ist voll mit Hass und natürlich gibt es da Beleidigungen. Und ich finde es traurig, wenn Menschen generell eine Freude darin empfinden, jemanden beleidigen zu müssen. Also das ist schon mal egal, was es ist. Ich merke aber tatsächlich, dass ich denke, wenn mir jemand sagen würde, bist du fett oder bist du dick, das ist tatsächlich so, dass mich das echt wenig tangiert. Und ich meine es wirklich, weil ich gucke ja, ich spüre in mich und gucke so, ich denke, ja, das ist meine Optik, so, ist halt da. Aber ich glaube, das liegt daran, weil du so bei dir angekommen bist, da sind wir wieder an dem Punkt. Du definierst dich nicht nur an dem Äußeren, sondern weißt wirklich, okay, ich bin ich und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Das macht viel aus. Und ich glaube auch, Eltern zu haben, die sagen, hey, auch wenn du mehr hast, ja, ein Umfeld zu haben, die sagen, es ist trotzdem in Ordnung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass aber mich andere Sachen noch mehr stören. Wenn mir jemand sagt, du scheiß Türkin, das geht mir richtig nah. Weil das ist nicht eine Optik, da sage ich, okay, ja, dann bin ich vielleicht fett für dich, aber ich bin nicht ignorant und so ein Idiot. Da bin ich doch lieber fett, als ein Idiot zu sein. Aber wenn jemand tatsächlich was gegen meine Herkunft sagt, dann verletzt mich das auf eine ganz andere Weise. Völlig verständlich und völlig nachvollziehbar. Also es gibt natürlich viele Formen von Diskriminierung. Das ist eine, die gar nicht zu tolerieren ist. Herr Matschukat, wenn wir nochmal auf den Körper kommen und auf das äußerliche Bild, das wir abgeben, wie sehr werden denn die, die nicht in dieses Bild passen, auch an den Rand gedrängt mittlerweile? Ja, also da musste ich eben tatsächlich auch dran denken. Und ich finde jetzt erstmal die Herangehensweise an das ganze Thema total super. Man sieht aber aus Studien beispielsweise, dass dicke Menschen wesentlich Schwierigeres haben im Bildungssystem und im Berufssystem. Und das beginnt gewissermaßen bei der Wahrnehmung ihrer Körperlichkeit. Also die Diskriminierung, die Stigmatisierung findet statt, weil ihnen aufgrund ihrer Körperlichkeit weniger zugetraut wird. Und das beginnt im Kindesalter. Das kann man... Das unterstreiche ich. Also das unterstreiche ich. Man muss anders und mehr leisten. Muss man aber auch als türkische Frau. Also im Sinne von, ich musste auch in der Schule, ob es jetzt im Deutschunterricht ist oder wie auch immer, immer hatte ich das Gefühl, ich muss mehr leisten, damit ich gleich bewertet werde. Und da ist es tatsächlich, vielleicht hat sich dadurch auch das Komödiantische bei mir entwickelt. Weil ich gedacht habe, gut, das muss ich irgendwie ausgleichen, also bin ich die Lustige. Ist das nicht auch ein Stück Freiheit? Also wenn Sie jetzt fünf oder zehn Kilo zunehmen, abnehmen, so what? Wenn er jetzt plötzlich ein Bäuchlein hat und seine Muskeln lassen nach, dann fragt man, was ist mit dem Aminati los? Also ist das auch ein Stück Freiheit, die Sie jetzt einfach aufgeben? Total. Und ich meine, klar, er ist in dem Kontext Sport und Fitness. Dann ist es natürlich so, dass man da vielleicht anders wertet. Ich habe mich tatsächlich wirklich davon freigemacht. Also das war auch kein leichter Weg, aber ich habe mich wirklich davon freigemacht. Und wenn mir jemand damit kommt, dann sage ich, es sind nicht die Attribute, mit denen ich auffallen will. Aber wenn Sie sagen, Sie haben sich davon freigemacht, was war denn der Weg dahin? Tatsächlich immer wieder bei sich zu gucken, also immer wieder auch Erfolge, die man hat, auch wirklich anzunehmen und zu feiern. Zu sagen, guck mal, du bist erfolgreich, ganz egal, ob du jetzt mehr oder weniger hast. Und ich mache genauso Denksport, ich will fit sein im Kopf und ich will clevere Sachen haben. Ich will, wenn ich esprit und lustig bin, wie auch immer, nicht einfach nur platten Humor machen, sondern ich will um die Ecke denken. Und das sind auch Sachen, wo ich mich fordere, wo ich eine Leistung habe. Und es kann nicht sein, dass Leistung tatsächlich nur an Körperlichkeit gebunden ist. Ich habe das irgendwann losgelöst davon. Aber wie gesagt, wenn jemand Sportler ist, Athlet ist, wunderbar. Aber dann hat er das für sich gewählt, aber ich habe das nicht gewählt. Ich würde gerne auch nochmal so einen anderen Gedanken reinbringen. Also wir reden immer so in dem Thema Dicksein versus dem Fitsein. Also das sind für mich schon nochmal zwei völlig verschiedene Charakteristika. Und ich sage das deswegen jetzt auch nochmal, weil mit einem Thema, da denke ich die ganze Zeit drüber nach, hat man, wenn man dick ist, weniger berufliche Chancen. Und da sind wir jetzt hier ein großes Unternehmen und ich denke wirklich offen und fair drüber nach und würde das nicht so unterstreichen. Also ich sehe ganz viel kompetente, fähige Manager um mich herum, die nicht sportlich wirken und sportlich sind, fit sind die meines Erachtens aber allemal. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen in der Diskussion drauf kommen, weil fit ja ein viel breiterer Begriff ist. Und wenn ich über mein Kapital nachdenke, was vielleicht bei jemand geistig arbeitet, auch der der Kopf ist, dann brauche ich eine gewisse Konstitution. Und die würde ich als Arbeitgeber schon auch erwarten, dass er eine Konstitution hat. Aber wie sehr lassen auch Sie sich von einem ersten Eindruck leiten? Also erkennen Sie die Leistung auch hinter jemanden, der nicht den körperlichen Ideal hat? Ich versuche jetzt wirklich mal ganz ehrlich zu sein, wäre jetzt populistisch und opportunistisch zu sagen, überhaupt nicht. Also ich bin ein klassischer Manager, der auch zum Beispiel bei einer Bewerbungsunterlage viel Wert darauf legt, dass da noch ein Bild drin ist, weil es eben jetzt modern geworden ist, die Bilder wegzulassen, eben genau um dieser Diskriminierung des ersten Momentes zu entgehen. Dem entziehe ich mich und bestehe auch auf das Bild. Aber da achte ich überhaupt nicht auf das Thema jetzt körperliche Kontur, sondern tatsächlich, was ist die Ausstrahlung, wie Energie hat der, wie ist der Blick? Das sind für mich schon die Punkte, die im ersten Moment zählen. Herr Oberländer, ich darf verraten, Sie wurden 1935 in der Schweiz geboren. Ja. Sie sind heute 85 Jahre jung. Freundscher Versprecher. 85 Jahre jung. Waren Sie eigentlich immer ein sportlicher Typ? Auch mit 35 Jahren? Also ich habe, nein, als ich jung war, habe ich Tennis gespielt. Aber da hat dann die Knie wollten nicht mehr, ich habe Gelenke bekommen, zwei. Dann war der Rücken kaputt. Da habe ich nach Golf gespielt, das habe ich auch aufgehört. Und ich musste mit dem ganzen Sport aufhören. Sie hatten auch mal eine Phase, wo Sie einfach mit Sport und nichts zu tun hatten. Ja, habe ich komplett aufgehört und dann habe ich gelebt. Sie waren dann in Amerika auch in den 70er und 80er Jahren, hatten dort auch ein eigenes Restaurant, haben dann aber auch noch eine Gesangsausbildung gemacht, waren auch in Bars als Sänger unterwegs, haben dort Musik gemacht. Wie erfolgreich waren Sie als Sänger oder sind Sie auch als Sänger? Also ich muss so sagen, der Erfolg kam mit dem Alter. Als Jünger habe ich mich durchgekämpft, um zu überleben. Amerika, das tönt ja schön, alles gut und recht. Aber ich kann nur den jungen Musikern sagen, bleibt zu Hause und schaut dort was aufzubauen. Weil Amerika ist Show und alles ist Showtime. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Aber ich habe mich einfach, sagen wir mal, ich habe überlebt. Das war mein Ziel. Aber ich bin nicht groß rausgekommen. Ich habe in kleineren Lokalen meine Show gemacht, eine Las Vegas-Show. Habe ich Umkleidekünstler gemacht, sechsmal umgezogen. Habe da die Kleider alle aufeinander gehabt. Das war verrückt. Dann war es, wenn es heiß war, dann habe ich gekriegt. Da habe ich auch abgenommen. Da musste ich nicht ins Viehlessie bringen. Und dann habe ich nachher mir gesagt, nein, ich gehe wieder zurück in die Schweiz. Weil ich wollte heiraten. Ich wollte noch eine Familie. Meine Mutter, die war schon sehr alt und hat immer gesagt, der andere Sohn wollte überhaupt nicht. Da hat sie gesagt, ich möchte noch Großmutter werden. Jetzt ist ein Defeuer, du bist schon 50, was willst du noch? Und da haben sie dann noch mal. Dann habe ich dann mit 53 geheiratet und habe drei Kinder gehabt. Die sind jetzt 29, 30 Jahre alt. Einer ist auch so mein Vorbild. Und ich habe dann eine ganz schöne Zeit gehabt in der Schweiz. Mit einem Schwimmbadrestaurant, das ich gehabt habe. Und sie haben ja auch weiterhin noch Auftritte gehabt. Und vor ein paar Jahren haben sie dann noch in einem Altenheim gespielt. Und da gab es eine Begegnung, die was ausgelöst hat. Erzählen Sie mal davon. Ich habe in einem Altersheim gespielt. Und als ich fertig war, war ich wie kaputt. Das kommt ja manchmal vor, nach einer Show. Völlig erledigt. Und da musste ich noch die ganzen Koffer und das ganze Gepäck in meinen Wagen transportieren. Und dann war der Sohn dieser Frau, die das Altersheim hat, der hat mich so angeschaut und sagt, du bist auch nicht mehr so gut drauf. Und da bin ich so ein wenig verrückt geworden. Ich habe gesagt, du, ich bin 78. Ja, also bitte, was willst du denn da mir sagen? Und da hat er gesagt, ja, aber du könntest besser sein in deinem Alter. Da sage ich, ja, aber du bist ja ein Junge. Er sagt, komm zu mir ins Fitness. Ich habe ein Fitnessstudio. Und er war auch so, also wirklich gut gebaut. Er ist auch ein Vorbild. Du bist mein Vorbild, der Pawe. Aber ich weiß, darf ich Ihnen was sagen? Mit 85 möchte ich genauso sein wie Sie. Also, Sie sagen mit jedem Satz, mit jedem Wort, sagen Sie Ja zum Leben. Das ist das, was ich geil finde. Big time. Also, der hat mir dann gesagt, komm zu mir. Er hat mich, wie man es macht, gemanagt. Also, gecoacht, wie man sagt. Er war mein Coach. Mit 78. Und ich habe angefangen, richtig die Maschinen richtig zu... Also, im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio. Und da habe ich dann bezahlt für dieses Fitnessstudio. Er hat mir eine Tabelle gemacht. Dann habe ich, hat er gesagt, komm dreimal. Er wollte mich nicht übertreiben, weil er gedacht hat, wenn ich zu viel sage, kommt er nicht mehr, oder? Dann hat er gesagt, Montag, Mittwoch und Freitag. Und ich, nach sechs Monaten, kam nicht so, dass er... Ich habe ihn immer angeschaut, wenn er am... Da habe ich mir gedacht, Mensch, Mai, da kommt ja nichts. Und da habe ich meinem Sohn gesagt, du soll ich mal da ein wenig... Er hat gesagt, was bin ich, bist ja voll. Und da habe ich einen Doktor, meinen Hausarzt, konsultiert und habe gesagt, du, kann man da ein wenig etwas machen mit Testosteron? Da hat er gesagt, du bist ja verrückt. Du bist ja ständig, dein Alter, das kenne ich. Und dann habe ich nachher sechsmal trainiert die Woche. Ab dann. Weil ich gedacht habe... Und der Körper hat das aber gleich alles mitgemacht. Ja, und dann kam, also da kam immer mehr und ich... Wahnsinn. Nein, und dann bin ich natürlich, ich bin schon auch einer, der gern vor dem Spiel steht. Aber nur, wenn niemand schaut. Wenn niemand schaut. Ja. Dann habe ich mich so, weißt du, dann bin ich so... Ich habe gedacht, oh, jetzt kommt es. Und dann habe ich meinen Sohn, der auch so ziemlich, habe ich dann mal zu mir nach Hause, habe ich gesagt, du, komm mal schauen. Und dann hat er gesagt, ja, aber so wie ich, siehst du noch nicht da. Aber ich habe gesagt, das kommt, war nur. Aber ich bringe das nicht mehr. Also Sie sechsmal in der Woche ins... Also jetzt gehe ich sechs. Ja. Was macht... Nicht sechs, sechs, sechsmal. Ja, 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 das wollte ich noch sagen. Aber ich gehe sechsmal, aber manchmal sogar siebenmal. Manchmal siebenmal. Heute, diese Woche gehe ich nur sechsmal, weil ich ja heute nicht gehen konnte. Und haben Sie denn dann überhaupt noch Zeit für eine Partnerschaft nebenher bei all dem Sport? Ich habe keine Partnerschaft mehr. Deswegen wahrscheinlich. Ja, dumm habe ich Zeit. Nein, ich hatte eine Partnerschaft, die hat mit mir Musik gemacht. Wir waren bei den größten Schweizer Talenten im Halbfinale und sind auch einige Male beim Supertalent gewesen. Wir kamen nie weiter, leider. Ja, Halbfinale ist doch schon mal super. Ja, in der Schweiz. Aber nachher ist sie von mir gegangen, weil sie mir mal gesagt hat, weißt du, Kurt, es tut mir leid, ich liebe dich so sehr, aber wenn ich pensioniert werde, bist du 90. Und was will ich dann noch mit der Arbeit? Ja, vermutlich hatte sie Angst, dass sie mich im Rollstuhl dann vielleicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie gesagt, schau mal, du musst das begreifen. Und wir haben, im Frieden ist sie von mir gegangen und dann habe ich aber weitergemacht mit dem Supertalent. Und da bin ich dann reingekommen, oder? Und Sie, wie süchtig sind Sie jetzt fast danach, Sport zu machen? Das stimmt nicht mit dem Süchtig. Also da bin ich nicht einverstanden. Man hat mir mal gesagt, dass Leute, die jeden Tag gehen, dass der Körper das verlangt. Aber ich muss, jeden Tag brauche ich Willen und ich muss mich jedes Mal am Riemen riesen, damit reisen. Und haben Sie denn den Eindruck, selbst wenn Sie jetzt keine Partnerschaft haben, dass das durchaus auch bei Frauen gut ankommt, dass Sie jetzt so energetisch sind? Das müsste ich ausprobieren. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Bei der nächsten Sendung werde ich dann das kommentieren. Einmal zur Ex hingehen und sagen, na, hast du dich geirrt, was? Sie sind ja jetzt die Jüngste hier in der Runde. Was ist er für Sie? Vorbild oder eher? Also ich finde das absolut cool und ich hoffe auch, dass wenn ich mal älter bin, dass ich genauso ehrgeizig bin und genauso cool drauf bin. Also wirklich gut, aber ich finde das richtig, richtig gut. Was sagen Sie, Frau Kapter? Bisschen fanatisch? Ich finde ihn toll. Ich habe ihm schon gesagt, ich nehme ihn mit nachher. Ich finde ihn toll. Ich nehme ihn als Lebensberater, als Coach an meiner Seite. Aber ich glaube, es ist viel mehr als dieser Sport tatsächlich. Es ist diese ganze Lebensfreude, die er hat. Er strahlt über beide Backen. Und ich glaube, das ist diese Energie, die mich tatsächlich... Also ich achte nicht auf Muskeln. Ich muss auch sagen, ich finde dich als Moderator toll. Ich mag deine Paus, Bäckchen, ich mag deine Stimme. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, habe ich deine Muskeln angeschaut? Es tut mir leid. Vielleicht sollte ich das noch tun. Aber es interessiert mich nicht. Es interessiert mich was anderes bei dem Menschen. Und das ist so dieses gewisse etwas. Und dieses Funkeln in den Augen, das hat der total. Und das finde ich toll. Sie haben dieses Funkeln in den Augen und Sie gehen trotzdem ab und zu auch zum Schönheitschirurgen. Ist das richtig? Aha. Jetzt kommt es raus. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Oder? Lassen Sie so das eine oder andere machen? Mach ich. Ja? Ja. Was machen Sie da? Alles, was jung macht. Alles, was jung macht. Ich möchte ja im Alter noch etwas jugendlich bleiben. Und das ist schon in Ordnung. Aber das eben, da fällt alles zusammen. Kommt für Sie sowas auch mal in Frage? Ich finde, das haben wir ja eben auch gehört, jeder Jeck ist anders. Und jeder sollte so für sich seinen Weg finden. Aber ich finde, das, was eben ganz entscheidend ist, das habe ich eben auch schon gesagt, dass das Wichtige ja nicht im Außen passiert, sondern im Innen. Das ist, was macht einen Menschen tatsächlich attraktiv? Das ist diese, und das klingt jetzt echt ein bisschen platt, aber das ist ja diese innere Schönheit. Das ist die Haltung. Das ist dieser Selbstwert, den man sich selber gibt und nicht von außen aufoktroyiert bekommt. Und ich habe den Anschein, Sie fühlen sich wohl. Ja, sehr. Und das ist toll. Ja, hundertprozentig. Also, so gesund wie jetzt war ich nicht vor 20 Jahren. Ich bin 20 Jahre nie bei einem Arzt, nicht? Ich habe gar nichts. Ich möchte, also, aber da ist ja auch noch die Gene von meiner Mutter, die 97 war und nie krank war. Und das hat schon auch mit dem zu tun. Ich kann also Glück haben, dass vielleicht, ja, dass das noch so weitergeht. Aber ich finde, ich habe ein paar Falten mehr, finde ich dich auch toll. Das ist die gleiche Energie, glaube ich. Dann soll ich nicht mehr gehen. Nein, auf mich nicht, aber... Die Augen leuchten doch auch damit, die Augen leuchten trotzdem. Ja, aber... Und auch so, die Ausstrahlung ist ja da. Die Ausstrahlung ist schon da, aber ich war ja in Parteya vor jetzt gerade, da konnte ich nicht mehr zurück, darum bin ich jetzt in der Schweiz, darum bin ich hier. Und da habe ich auch wieder ein wenig machen lassen. Also sind Sie denn schon so kritisch, weil Sie sagen, Sie gucken sich ja auch gerne im Spiegel. Ja, sehr kritisch. Dass Sie so ein bisschen sich angucken wie so ein Auto und überlegen, da könnte was repariert werden, da ein bisschen neuer Lack. Ja, wenn ich jetzt da unten, wenn da wieder was kommt, dann gehe ich gleich wieder. Sag mal, da muss ich dich mal was fragen. Wie wäre es denn jetzt, wenn du eine Partnerin hättest? Hast du dann auch den Anspruch, dass sie auch was an sich machen lässt, um sich halt so straff zu halten, sage ich mal? Oder sagst du, da ist es egal? Ja, also wenn Sie in meinem Alter wäre, dann würde ich schon sagen, geh an mir. Okay. Schatz, ich liebe dich, aber nur mit Botox. Naja, dann schon. Okay. Frau Möller-Mickel, Sie haben auch mal eine Schönheits-OP gemacht. Kommt das für Sie auch in Zukunft nochmal in Frage? Wie stehen Sie dazu? Also aktuell nicht. Und zu dieser Schönheits-OP, also es handelt sich um meine Brüste, für alle, die sich jetzt fragen, was da los ist. Genau, da handelt es sich um meine Brüste. Und da war es tatsächlich so, dass ich wirklich noch so mega in diesem Bodybuilding-Sport drinne war. Und ich hatte von Natur aus nie wirklich viel Oberweite. Und durch den Sport war das sowieso dann bei mir alles komplett weg. Und gerade wenn du als Athletin auf die Bühne gehst und so, dann bekommst du schon unterbewusst mit, dass einfach ganz viele Frauen da auch ihre Brüste gemacht haben. Und damit du eine gute Chance hast oder eine noch bessere Chance, gehört das halt irgendwie dazu. Und ich hatte nie ein richtig krasses Problem damit, dass ich eine kleine Oberweite habe. Es war eher so, okay, ich mache das jetzt. Ich habe mich so ein bisschen mitreißen lassen, sagen wir es mal so. Bei Ihnen ist es ja auch so der Punkt, ich will jung sein, Herr Matschukat. Wenn wir über diesen Fitnesstrend reden, ist das die Schwester oder der Bruder von diesem Jugendwahn oder Jugendtrend? Auf jeden Fall. Also Jugend und Alter sind dem Fitnesstrend ganz wichtig. Da gibt es verschiedene Stufen. Also einmal sind es dann vor allem Männer in den, sagen wir mal, späten 30ern, die feststellen, oh, jetzt fängt es an, schwieriger zu werden. Es zwickt mal hier und da. Man ist häufiger müde, als man es vielleicht früher war. Und der Speck am Körper, der geht auch nicht mehr so leicht weg. Und dann durchlaufen viele so etwas wie eine Konversionserfahrung. Also das ist dann fast ein religiöses Erlebnis. Jetzt verändere ich mein ganzes Leben und lebe fortan ein Leben im Zeichen der Fitness. Also so die späten 30er, 40er sind oft ganz wichtig. Naja, und dann gibt es diese sogenannten neuen Alten, von denen ja auch in der Soziologie viel die Rede ist, die eben altern, aber im Alter auf nichts verzichten wollen. Also da ist das Ausgehen, der Theaterbesuch dann eben genauso wichtig, wie noch körperlich leistungsfähig zu sein und eben auch Sex haben zu können. Und wenn dann das Äußerliche dabei auch wichtig ist, ist doch eigentlich der Weg zur Schönheits-OP auch nicht mehr weit, oder? Ja, genau. Also klar, also Schönheitsoperationen sind tatsächlich auch in so einem Kontext, in einem größeren Kontext entstanden, den man damals den Verjüngungsrummel nannte. Im frühen 20. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert ging das los. Also dass sehr viel von Verjüngung die Rede war, jung bleiben, leistungsfähig bleiben, sich wieder jünger machen. Und da ist das Arbeiten am eigenen Körper die eine Sache. Die andere Sache ist dann aber eben ein chirurgischer Eingriff. Und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ästhetische Operationen und andere. Was ist denn damit verbunden, wenn Sie sagen, ach, ich möchte nicht alt aussehen? Heißt, steht denn Altsein dann für nicht mehr leistungsfähig sein, für nicht mehr auf der Bühne stehen können, für nicht mehr im Beruf sein? Oder wofür steht das für Sie? Ja, also wenn ich nicht so fit wäre, könnte ich diese Shows nicht mehr machen, die ich jetzt. Das ist unmöglich. Also rein schon das Aufstellen und Abbauen von den Instrumenten, das liegt nicht mehr drin. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir mal sehen sollten, was Sie tun. Sie sind ja Musiker, Entertainer, Alleinunterhalter und definitiv auch ein Typ, der aus sich rausgeht. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen ... Aber das ist ja nicht nur Fitness, sondern auch so der Typ, oder? Der, der Sie ausmacht. Ja. Ja, das stimmt. Und was können Sie denn noch genießen, wenn wir jetzt mal all das, worüber wir reden, Körper, Fitness und so, was ist das, was Sie im Leben sonst genießen? Also ich genieße jetzt meine Kinder natürlich, oder? Und die haben Riesenfreude an mir auch, weil auch jetzt diese Sendung werden Sie schauen und haben da eine Freude. Und auch, sagen wir, der Erfolg von, sagen wir, diesem Clip, nicht dieser da, aber der vom Supertalent wurde 1,4 Millionen Mal geklickt. Und das ist für mich natürlich eine Riese, in dem Alter, das noch fertigbringt, das freut mich. Wenn Sie immer sagen, in diesem Alter, ist das einfach auch so ein Zeichen wie, ich bin nicht so, wie die denken, was man in diesem Alter ist. Ich habe Kraft, ich bin da, ich bin nicht auf den letzten Metern. Ich will nicht unbedingt beweisen, den alten Leuten, dass man das kann. Es geht nur um mich persönlich. Ich will kein, sagen wir, ein Vorbild sein, jetzt unbedingt für die alten Leute, die 85 sind. Weil ich glaube, es gibt 85-Jährige, die haben es viel ringer als ich. Oder die müssen nicht, wie ich, also müssen. Sie sitzen zu Hause und haben einen schönen Lebensabend. Und ich arbeite an meinem Körper und bin immer dran mit Fahrrad und Fitness und Streckeübungen. Ich denke immer nur den ganzen Tag einfach, was könnte ich noch machen, dass ich viel bleibe, einen Text lernen. Jetzt habe ich gerade wieder einen Text gelernt für Voice of Switzerland, einen schönen Text. Und da muss ich noch, da habe ich viel mehr Schwierigkeiten, das gebe ich zu. Ein Text geht bei mir nicht mehr so schnell rein wie vor 30 Jahren. Ich brauche jetzt, ich habe bei meinem Fahrrad so ein Gestell mit dem Text. Und wenn ich fahre, dann übe ich die ganze Zeit meinen Text. Darf ich ganz kurz fragen, ich habe ja eben gesagt, Sie sind in jedem Moment so lebensbejahend. Das ist jetzt vielleicht eine Frage, die vielleicht ein bisschen unangenehmer ist, aber wie gehen Sie mit dem Gedanken von Tod um? Ja, ich denke gar nicht an das jetzt, weil ich ja sehr alt werde oder ich werde ja hungrig. Ja, ja. Er wird ja 120, bitte. Macht Ihnen das Angst? Ich frage nur deshalb, weil ich fange schon an, mich bewusster mit Tod zu befassen, weil das hier so tabuisiert wird. Aber ich glaube, je lebendiger, also beziehungsweise je mehr du dich mit dem Tod auseinandersetzt, desto lebendiger, glaube ich, kann man leben, oder? Ja, also bei mir ist es so, ich war bis vor einem Jahr, zwei Jahren, habe ich überhaupt nie an das gedacht. Überhaupt nicht. Und da ist ein Freund von mir, der war Kunstmaler und der ist mit Exit gestorben. Exit in der Schweiz. Da trinkt man etwas oder bekommt eine Spritze und der hat das gemacht. Und der hat mir vorher noch gesagt, am Samstag war ich bei ihm, habe ich gesagt, du, ich komme Montag wieder, dich besuchen. Und er sagt, du, ich muss noch alles abmelden, weißt, Telefon, komm am Dienstag. Dann habe ich den ganzen Tag Zeit für dich. Und am Montag hat mir seine Freundin gesagt, er ist gegangen, oder? Er hat dann, er wollte nicht, dass ich es weiß, weil er wusste, als sie ihm gesagt haben, warum hast du deinem besten Freund nicht gesagt, da hat er gesagt, dem Weichheit kann ich das nicht sagen. Der wird nicht fertig mit dem. Und seither denke ich an das. Ich meine, es kann ja in zwei Richtungen gehen, das, was auch Sie sagen. Dass man Sport macht und viel macht, um davor wegzurennen, dass es irgendwann mal auf uns zukommt. Und die andere Sache ist, dass man sagt, ja, ich weiß, das Leben ist endlich und ich genieße jeden Tag der Vitalität, die es noch geht. Wechselt das bei Ihnen oder ist beides da? Oder wie würden Sie das sagen? Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich weiß. Also ich persönlich, für mich gibt es nur eine Linie. Ich will einfach gesund bleiben und denke nicht an das. Obwohl ich, ich habe meinen Bruder sterben sehen, der vor drei Jahren, ich habe nochmal einen guten Freund sterben sehen. Meine Mutter hatte ich in den Armen, als sie gestorben ist. Aber ich persönlich, ich muss ehrlich sagen, ich drücke mich da ein wenig vor dieser Frage. Aber ich finde tatsächlich, wir brauchen trotzdem einen gesunden Umgang mit dem Älterwerden. Absolut. Das fängt ja alleine schon mal, ich drehe zum Beispiel Filme in der Türkei. Das sind auch Actionfilme, wo man auch nicht denken würde, dass man so, aber wie auch immer. Und da hat mir der Regisseur gesagt, weil jetzt der Zweite, komm ja nicht auf die Idee, irgendwas an deinem Gesicht zu machen. Wir brauchen jede Falte, damit es lebendig ist. Das heißt, dieses tatsächlich, man findet schon fast keine Leute mehr, die vor die Kamera gehen, die dann halt, ne? Und es ist doch schade, weil der ganze Ausdruck und alles, und ich glaube schon, dass all das, was zum Körper kommt, tatsächlich ja einfach nur Spuren sind, dass man gelebt hat. Ich glaube tatsächlich zu sagen, wir lassen jetzt nur noch die vor die Kamera, die straff und leuchten und überhaupt, das ist, glaube ich, echt der falsche Weg. Das hat ja wieder was mit Erwartungen zu tun. Und Erwartungen hat auch, also war ein wichtiges Thema auch in Ihrem Leben. Definitiv. Sie haben auch eine Zeit lang ebenfalls, wie auch Sie, Herr Oberländer, sehr viel Energie in Sport, in Ihren Körper gesteckt. Sie haben auch Bodybuilding gemacht, sind dann aber irgendwann einen anderen Weg gegangen. Sie haben es vorher schon mal angedeutet, aber wenn wir mal früher anfangen, als Jugendliche, was war da ein schöner Mensch? Was war Ihre Vorstellung? Also bei mir war das tatsächlich so, gerade als Teenie habe ich mich nie gut genug gefühlt, weil ich immer so meine schlanken Freundinnen gesehen habe oder die Werbung gesehen habe oder Zeitschriften, wo wirklich immer alles schlank war. Und gerade dieses Tidegap war in meinem Teenie-Alter irgendwie total das Ding. Und ich dachte, eine Jeans steht mir halt wirklich nur, wenn ich hier dieses Loch zwischen den Beinen habe, was ich halt nicht hatte in diesem Moment. Und das war so ein Grund für mich, wo ich dachte, okay, wenn ich mich nicht wohlfühle, ich bin die einzige Person, die jetzt was daran ändern kann. Und deshalb bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Es gibt ja auch Germany's Next Topmodel, ich glaube, die sind jetzt in der 15. Staffel, sie sind Mitte 20, sie sind auch mit denen aufgewachsen. Haben solche Sendungen auch irgendeinen Einfluss auf das, was man so von seinem Körper denkt? Auf jeden Fall. Also das war ja damals die Sendung, die man geguckt hat. Und da waren ja alle super schlank. Das wandelt sich jetzt mittlerweile ja auch immer ein bisschen und verändert sich. Ich könnte zwar noch mehr sein, aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber klar, sowas beeinflusst auf jeden Fall. Kam denn irgendwann mal eine Reaktion von außen? Also die Ihnen irgendwie gesagt haben, Mensch, du siehst aber so oder sowas. Oder hat sich das alles in Ihrem Kopf abgespielt? Tatsächlich war das in dem Teenie-Alter eher so das, was ich mir selbst gesagt habe. Weil ich war nicht übergewichtig, ich war auch nicht irgendwie dick oder so. Ich hatte einfach ein bisschen mehr Hinter, ein bisschen mehr Hüfte. Und ich dachte für mich, mit dem, was ich so von der Gesellschaft irgendwie gesehen und mitbekommen habe, dass das, was ich bin und so wie ich bin, dass das halt nicht schön genug ist. Herr Matschukat, woher kommt dieser Druck? Was prasselt da alles auf uns ein? Also ich glaube tatsächlich, dass das, was wir gerade gehört haben, sehr wichtig ist. Nämlich, dass wir in unserem Alltag immer wieder ganz vielen Beispielen begegnen. Sei es in den Medien, seien es die Leute, die wir täglich sehen, die Sport treiben. Seien es die Fitnessstudios, die mittlerweile, nicht alle, aber sehr viele, so große Glasfensterfronten haben. Und so Kathedralen der Moderne sind, damit man die Körper, die da an sich arbeiten, auch sehen kann. Also das ist so eine sehr starke Energie, die von diesen vielen an sich arbeitenden Menschen ausgeht. Die dann eben tatsächlich auch zu einer Norm werden kann, die es sehr vielen Menschen sehr schwer machen kann mit den Erwartungshaltungen. die sie dann durchaus auch selber aufbauen, die aber auch von außen an sie herangetragen werden, das ist so ein Miteinander, zurechtzukommen. Aber ich finde, aber genau dieses, dass man da nicht dazugehört zu dieser Norm, merkt man ja schon alleine, wenn ich einkaufen gehen möchte und ich gehe in einen Laden, und das ist ein normaler Laden, da ist meine Konfektionsgröße einfach per se nicht da. Aber XS oder XXL, also diese ganz kleinen Größen sind da und dann hört es irgendwann auf. Das heißt, ich muss in einen speziellen Konfektionsladen oder ich muss mir was online bestellen. Und alleine schon Sportmode, mach mal was, lieber Daniel, dass das vielleicht auch mal in XL und XXL da ist zum Beispiel. Cindy aus Marzahn hat das, glaube ich, auch gemacht. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, aber es ist tatsächlich nicht da in der Gesellschaft. Das heißt, wenn ich schon mal das Gefühl habe, ich muss online bestellen oder in einen Laden, der nur speziell dafür da ist, für Übergewichtige quasi. Bin ich schon spezial. Bin ich schon spezial, aber ich bin nicht speziell, wenn ich XS bin. Das finde ich im Laden. Und ich glaube, Fakt ist ja, die Leute nehmen natürlich, wir haben alles in der Gesellschaft. Und es sind auch Menschen, die immer mehr zunehmen, aber auch welche, die immer fitter werden. Aber diese Vielfalt muss doch auch abgebildet sein. Ja, wie war das denn dann, als Sie die Entscheidung getroffen haben, dann ins Fitnessstudio zu gehen? Ist das dann gleich ganz toll für Sie gewesen oder beschreiben Sie es mal? Ich bin dann ins Fitnessstudio gegangen, weil ich halt wusste, okay, nur ich kann jetzt was an dieser Situation verändern, dass ich mich wohler fühle. Da habe ich tatsächlich mit den Kursen angefangen, die es da gibt. Gerade so das bekannte Zumba, alle waren irgendwie rechts am Tanzen, ich links. Ich habe das absolut gar nicht koordiniert bekommen. Also ich habe, glaube ich, einfach eine Viertelstunde vor mich hingelassen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und so bin ich dann halt auch wirklich in den Kraftbereich gekommen. Und da habe ich gemerkt, okay, das muss man ehrlich sagen, ist ein bisschen stumpf. Das habe ich gut hinbekommen, hat mir Spaß gebracht. Und das habe ich dann weiter verfolgt. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, es verändert sich so langsam was an meinem Körper. Ich wollte dann aber noch mehr und habe dann auch gemerkt, okay, ich brauche dann auch irgendwie eine Motivation, dass ich morgens nicht das Nutella-Toast esse, sondern wirklich mal was Gesünderes. Und damit ich auch noch mehr mein Ideal erreiche so in dem Moment. Also es war aber immer noch nicht so, dass Sie dann dachten, oh, jetzt bin ich zufrieden, sondern Sie waren immer noch auf dem Weg zu einem Ideal. Selbstoptimierungswahn. Ja, okay. Richtig. Und wie hat sich Ihr Körper denn dann verändert? Was haben Sie dann festgestellt? Also ich habe dann wirklich gemerkt, dass alles ein bisschen fester geworden ist überall, ein bisschen was weg vom Fett ist natürlich. Und das war ein gutes Gefühl. Und ich muss auch sagen, dadurch habe ich halt auch wirklich gemerkt, dass es nicht nur dieses Schwarz- oder Weiß-Denken gibt. Also es gibt nicht nur dick oder dünn, sondern es gibt mehrere Sachen. Und so habe ich halt auch für mich dann halt die Muskeln entdeckt. Und das wurde für mich dann so ein, sagen wir mal ein Ziel, wo ich gedacht, okay, das finde ich total cool. Ich finde das total attraktiv, auch bei Frauen, auch wenn sich da die Geister natürlich sehr scheiden. Und so bin ich eigentlich so in das Ganze reingerutscht. War das denn bei Ihnen so ein einsamer Entschluss oder war das so ähnlich wie bei Ihnen? Sie haben ja gesagt, da hat Sie jemand motiviert, an die Hand genommen. Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Das war ein einsamer Entschluss. Also das war wirklich mein Ding. Gerade wenn man jetzt sagt Frauen und Bodybuilding, das ist nicht das, was gefeiert wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch als ich dann wirklich diese Statur hatte, es gab ganz, ganz viele, die gesagt haben, das ist einfach nur ekelhaft. Wie sah denn Ihr Alltag aus? Holen Sie uns mal rein. Da gibt es natürlich immer zwei unterschiedliche Phasen, eine On-Season, eine Off-Season. So gesehen, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet und wirklich auf die Bühne gehen möchte. Da habe ich so ungefähr wirklich mich drei Monate darauf vorbereitet. Und da war es wirklich so, dass ich nur Tunnelblick hatte und wusste, okay, ich möchte auf die Bühne gehen und ich möchte das durchziehen. Und ja, und da drehte sich halt auch wirklich alles darum. Also ich bin morgens aufgestanden, bin als erstes zum Cardio gefahren, danach bin ich zur Arbeit. Danach habe ich dann eingekauft, mein Essen vorgekocht und dann ging es halt wieder zum Sport. Und ich habe mein Krafttraining gemacht, das alles, um mein Ziel zu erreichen. Das ist auch ein bisschen egoistisch gewesen, aber ich habe auch ganz viel über mich selbst gelernt, muss ich ehrlich sagen. Wie haben Sie sich denn ernährt dann in der Zeit? Also ich habe tatsächlich damit diese Oldschool-Diäten gemacht, weil ich habe mir auch eine Trainerin und einen Trainer unterwegs geholt. Und die waren halt wirklich noch so ein bisschen Oldschool eingestellt. Also wirklich Reis, Pute, Hähnchen, Magerquark, so diese klassischen Dinge. Und das kann man natürlich eleganter lösen heutzutage. Aber früher war es wirklich so, ich hatte meinen Ernährungsplan, da stand es drauf. Und ich bin dem, sagen wir mal, blind gefolgt. Also ich bin morgens aufgestanden und ich habe nicht auf meinen Körper gehört, habe ich jetzt Hunger, habe ich keinen Hunger, worauf habe ich Appetit. Sondern ich wusste, okay, jetzt gibt es Haferflocken mit Proteinpulver, danach gibt es einen Quark und los geht's. Bei Wettkämpfen ist es ja so, Sie gehen auf die Bühne und dann werden Sie beurteilt. Genau. Da sitzen da Leute und sagen, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. War das etwas, was Sie gut fanden, genossen haben oder war Ihnen das auch so ein bisschen suspekt eigentlich? Das gehörte halt in dem Sport einfach dazu und das war ja das Highlight, sich nachher auf diese Bühne stellen zu können und diese Form präsentieren zu können. Dafür hat man ja die ganzen Wochen darauf hart hingearbeitet. Aber ich weiß noch, das erste Mal, als ich wirklich auf der Bühne stand und da meine Muskeln angespannt habe, da dachte ich so, Gott, was machst du hier eigentlich? Weil man kommt sich schon so ein bisschen bescheuert dabei vor, muss ich ehrlich sagen. Aber ich war halt so in dieser Szene und in dieser Blase drin, dass es dann auch irgendwo wieder normal war. Und dann wollte man halt immer mehr. Das ist, glaube ich, auch so ein typisches Body-Bear-Syndrom, dass man immer sagt, okay, man guckt in den Spiegel und sagt, ich könnte gut noch ein bisschen mehr Schultermuskulatur und auch meine Bauchmuskeln und Beine könnte ich auch noch. Und so hat mich das halt immer weiter reingezogen. Ich meine, Sie waren ja dann auch bei Wettkämpfen, Sie haben wahrscheinlich auch Anerkennung dann bekommen für Ihre Leistung. Hat das denn dann auch Ihr Selbstwertgefühl gesteigert? Ging es Ihnen denn besser? Also das war wirklich eine Talfahrt, möchte ich mal so sagen. Talfahrt? Eine Talfahrt, also es ging hoch und runter Höhen und Tiefen. Also Berg und Talfahrt, genau. Alles klar. Weil klar, wenn die Leute sagen, ich finde das total gut und wie du aussiehst und so, das gibt einen natürlichen Push. Aber ich habe wirklich gemerkt, in dieser Bodybuilding-Zeit, zum Beispiel kurz vor der Bühne, wo wirklich nichts mehr an einem dran ist, da habe ich mich noch zu dick gefühlt. Ich habe morgens in den Spiegel geguckt und dachte, okay, ich kann nicht auf die Bühne gehen, ich bin doch zu fett. Also ich habe nicht das im Spiegel gesehen, wie ich wirklich aussah. Und das war für mich so ein bisschen das Gefährliche daran, wo man aber auch wieder sagen muss, was für mich nicht funktioniert, kann für jemand anders natürlich wieder super funktionieren. Aber für mich auf Dauer hat das einfach nicht funktioniert. Und das musste ich dann auch mit der Zeit feststellen. Wann haben Sie sich das denn eingestanden? Weil ich meine, Sie waren ja in dieser Maschinerie drin. Wettkampf, ja, Ihren Plan, die Ernährung. Wie kam das denn dann? Also das ist nichts, wo du jetzt von heute auf morgen aufwachst und sagst, okay, das ist jetzt nichts mehr für mich. Das ist wirklich ein Prozess und ich hatte da so mehrere Faktoren, die ich auch längere Zeit wirklich ignoriert hatte. Also ich hatte eineinhalb Jahre lang meine Tage nicht mehr. Und das hatte ich dann auch meiner Mama erzählt und sie meinte, ach, geh bitte zum Frauenarzt. Und ich habe einfach so, lelele, ich höre nichts, ich wollte es halt nicht wahrhaben. Und das war eher so, okay, praktisch, ich habe meine Tage nicht mehr. Das ist ja eigentlich was Gutes, das erspart mir viel Aufwand. Und ich hatte auch so Cheatdays, davon hast du ja auch schon erzählt. Gerade wenn du dieses Oldschool-Diät-Geschichte machst und dann die Cheatday machst, dann hatte ich mich halt nicht mehr im Griff. Also es war nicht so, dass ich sage, okay, jetzt starte ich mal locker in den Tag und esse mal einen Schokoriegel hier oder da. Sondern ich bin komplett eskaliert wirklich. Es war nicht ein Schokoriegel, sondern die ganze Packung. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist der Tag eh gelaufen. Und dann habe ich halt alles so, sagen wir mal, nachgeholt, was ich mir dann verboten habe unter der Woche. Und das ist dann wirklich so eskaliert, dass ich an diesen Tagen wirklich mit Bauchschmerzen bis zum Finger in den Hals stecken da war. Und das waren wirklich so Sachen, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist ja gar nicht das, warum ich mit dem Sport angefangen habe. Sondern ich habe mit dem Sport angefangen, weil ich mich wohlfühlen möchte in meinem Körper. Und zu dem Zeitpunkt hat wirklich so Sport, Ernährung und das Ganze wirklich mein Essen bestimmt. Ich bin morgens aufgestanden und dachte so, ja, eigentlich fühle ich mich ganz gut. Bin dann auf die Waage gegangen, hatte ein, zwei Kilo mehr, was als Frau ja eigentlich auch total normal ist. Aber dann war mein Tag gelaufen und ich habe mich dann auch wieder so ein bisschen mit extra Cardiotraining und sowas bestraft. Und was war dann, wenn Sie das gemerkt haben, aber ja noch in der Maschinerie drin waren, der Auslöser, dass Sie dann sich distanziert haben davon? Also tatsächlich war das dann ja die Brust-OP, die ich hatte zum Teil. Das war Ende 2017, wo ich mir das habe machen lassen, wo ich dann die Chance bekommen, genutzt habe, wie auch immer, zu sagen, okay, ich nehme ein bisschen Abstand von dem Ganzen. Also ich war zwar relativ schnell wieder im Training, so nach zwei Wochen, habe so ein bisschen leicht die Beine trainiert, aber ich habe versucht, mir gleich zu sagen, okay, nutze das mal als Gelegenheit und zu gucken, wie sich das so verändern könnte. Und das habe ich dann gemerkt, dass es mir wirklich gut tut, so ein bisschen Abstand davon zu bekommen. Und dasselbe habe ich tatsächlich bei der Ernährung gemacht, dass ich da gesagt habe, okay, ich wiege nicht mehr alles akribisch ab, sondern ich versuche mal so ein bisschen in mich reinzuhorchen und zu hören, was braucht mein Körper eigentlich und wann habe ich Hunger, wann bin ich satt. Weil dieses Körpergefühl hatte ich komplett verloren, also das gab es einfach nicht mehr, weil ich habe wie eine Maschine einfach, sagen wir mal, das abgearbeitet. Wie war das denn, als Sie plötzlich nicht mehr diesen Alltag hatten, nicht mehr diese Leidenschaft hatten? Das war natürlich auch ein Prozess, also es ist ja auch wieder so eine Sache, die passiert nicht von heute auf morgen. Und als ich selbst gesagt habe, okay, ich versuche das alles mal ein bisschen umzustellen und zu verändern, wusste ich ja selbst noch nicht mal, in welche Richtung das geht. Das hätte ja genauso gut immer noch mit so viel Sport sein können und immer noch mit Ernährung nur halt anders. Aber so war es halt nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass ich dann von diesem Essen abwiegen und so losgekommen bin. Mein Körper sich natürlich auch verändert hat und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon bei Instagram aktiv und habe da natürlich so meine sportlichen Erfolge und alles geteilt. Und deshalb sind die Leute mir gefolgt, weil ich diese krass durchtrainierte Athletin war. Und ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt die Frage gestellt, okay, teile ich das weiterhin online oder verschwinde ich einfach von der Bildfläche und ziehe für mich das Ding irgendwie so durch. Und ich habe damals zu den Bodybuilding-Zeiten halt auch schon so Positives wie Negatives geteilt. Und durch den Austausch weiß ich halt auch, dass gerade in dieser Szene tatsächlich einige Probleme damit haben, so für sich die Balance zu finden. Natürlich gibt es auch welche, die total fein damit waren. Das muss ich immer wieder sagen, weil die Leute das gerne in den falschen Hals kriegen. Und dann habe ich das weiterhin geteilt. Mein Körper hat sich natürlich verändert. Und das war nicht einfach, weil ich für mich wusste ja selbst noch nicht, ist es der richtige Weg, den ich gerade gehe. Ich habe zwar gemerkt, okay, vom Kopf her wird es besser. Mein Körper erholt sich, sagen wir mal wieder. Aber ich habe natürlich auch wirklich Shitstorm bekommen online. Also wirklich Beleidigung, du bist ja fett geworden und wir können mal wieder ein Shooting machen, wenn du abgenommen hast. Hat sie das verunsichert? Total. Also man liest ja dann die Kommentare und irgendwann habe ich mich wirklich gefragt, weil das so viele kommentiert haben. Okay, liege ich mit meiner Wahrnehmung vielleicht so daneben, dass diese Leute recht haben mit dem, was sie sagen. Und da kommt nämlich wieder diese Zeit für mich ins Spiel, weil ich wirklich gesagt habe, okay, ich lege jetzt mal alles von mir weg. Keine Freunde jetzt gerade in dem Moment, kein Handy, kein Fernseher, weil wir lassen uns ja gerne im Alltag so von diesen ganzen Geschehnissen mitziehen und vergessen uns dabei. Und da habe ich wirklich mich hingesetzt oder habe einen Waldspaziergang gemacht und habe mich gefragt, okay, bin ich aktuell glücklich, so wie es ist? Und ich konnte es wirklich mit Ja beantworten und habe auch gemerkt, okay, das entwickelt sich gerade alles in die positivere Richtung. Und ich fühle mich vom Kopf her und vom Körper her einfach viel entspannter und habe gedacht, okay, lass die schreiben, was sie wollen. Es geht ja darum, dass ich mich gut fühle. Und irgendwann und auch heute noch interessiert mich das nicht mehr. Da können die schreiben, was die wollen, weil ich halt schon so bei mir angekommen bin. Da sind wir wieder an dem Punkt, was du ganz am Anfang hattest. Wenn man so im Einklang mit sich selbst ist, dann können die anderen sagen und denken, was sie wollen letztendlich. Das liegt dorthin, ne? Ja. Sie arbeiten ja heute auch als Curvy-Model. Was ist das, wenn Sie das beschreiben würden, selbst beschreiben würden? Weil da gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedlichste Bilder von dem Begriff. Na klar, also Curvy, das merke ich auch heutzutage noch, wird immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich definiert. Viele sehen Curvy halt immer noch in diesem Plus-Size-Bereich, was ich so für mich halt nicht definiere, sondern wirklich, es kann auch eine schlanke Frau sein, die einfach ein bisschen Hüfte, ein bisschen mehr Hintern hat. Und das ist schon Curvy so, aber das definiert natürlich jeder irgendwo anders. Wie viel Zeit verbringen Sie mit dieser Arbeit, wenn man so will? Ja, ist ja Arbeit. Ach, das ist unterschiedlich, phasenweise, je nachdem. Verdienen Sie auch? Also ist in diesem Fall wieder der Körper als Bodybuilderin, war er ja Ihr Kapital? Ja. Ist das jetzt wieder? Das ist er auch jetzt noch und auch gerade auf der Plattform Instagram natürlich auch. Warum dreht sich das? Aber ich würde auch sagen, ich würde das jetzt wieder nicht nur auf den Körper beziehen, sondern auch wirklich auf die Eigenschaften und den Charakter, so wie auch bei dir. Also da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie Kurven habe, sondern auch einfach so, wie ich vom Charakter her bin und was ich an Inhalten, sagen wir mal, irgendwie vermittle. Da kann man sagen, Entschuldigung, du arbeitest jetzt mit einem Körper, der einfach viel gesünder ist für dich. Bei mir angekommen. Was einfach, was du bist und nicht etwas im Bild, dem du entsprechen willst. Genau. Und vor allen Dingen merke ich halt auch, dass mein Körper sich eingependelt hat. Also ich kann mich, ich weiß ja, was gesunde Ernährung ist und das ist für mich ja immer noch wichtig. Aber ich kann jetzt mittlerweile auch einfach Schokoriegel essen, Nutella-Toast essen, wie ich will. Früher hatte ich das Gefühl, es setzt direkt an. Aber jetzt hat sich mein Körper einfach so eingependelt, dass sich das so hält. Also mein Körper sagt mir eigentlich schon, okay, das bist du und das ist deine Eigenschaft. Und wir versuchen als Menschen immer gerne, uns irgendwo reinzudrücken, weil wir das so als Ideal haben. Vergessen aber, dass unser Körper vielleicht gar nicht dafür vorgesehen ist. Und das war es halt beim Bodybuilding. Es gibt andere Frauen oder auch Männer, die können das super durchziehen, weil die einfach dafür gemacht sind irgendwo. Aber mein Körper möchte halt Kurven haben, um sich irgendwie wohlzufühlen und für sich angekommen zu sein. Sie haben ja auch gesagt, es geht ja nicht nur ums Äußerliche, sondern auch um die Inhalte, die Sie vermitteln. Was ist Ihnen denn wichtig? Was ist Ihre Botschaft, wenn man so will? Das ist ja wirklich das Ding, guck in den Spiegel und feier dich selbst. Also guck nicht so viel nach links und rechts und hör darauf, was andere sagen, sondern hör in dich hinein und mach das, was dir gut tut. Ist es auch das, was Sie Jugendlichen, weil Sie waren ja auch in so einer Zeit, als Sie unsicher waren, was Sie Jugendlichen mit auf den Weg geben würden? Ja, definitiv. Und ich habe da auch mal eine Schulklasse besucht. Ich glaube, das war eine siebte Klasse. Die waren irgendwie so zwölf, dreizehn. Und ich habe gedacht, okay, ich sollte mit denen über das Thema Selbstliebe reden. Und ich dachte, okay, was soll ich mit diesen jungen Menschen darüber schon reden? Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie schon so weit sind. Und ich kam wirklich in diese Klasse. Die hatten schon aufgeklebte Wimpern, die hatten schon Gelnägel und die waren wirklich schon verunsichert. Also die haben auch wirklich gesagt, ja, ich beschäftige mich schon so sehr mit mir und meinem Körper und auch mit den Klamotten, wo ich wirklich baff war, dass es schon so früh einfach losgeht. Das hätte ich gar nicht gedacht und erwartet, ehrlich gesagt. Und das finde ich irgendwo auch erschreckend. Deswegen, man muss einfach irgendwo aufwachen und sagen, okay, es geht nicht alles nur um diese Oberflächlichkeit, sondern vielmehr, was auch einfach hier drin steckt. Das haben Sie ja auch schon gesagt, Herr Aboul Hassan. Sie wollen ja auch Mitbewerber oder Bewerberinnen und Bewerber nicht nur äußerlich beurteilen, sondern eben auch sehen, was für ein Ausdruck ist dahinter, welche Energie ist in dem Blick. Vor allem, absolut, vor allem. Ich glaube, man kann auch erst mal deswegen das eben mit dem Bild. An den Augen erkennst du ja viel, auch von dem Wesen, von dem Charakter und auch von dem Energielevel. Und am Ende ist das im Beruf das Entscheidende. Nun haben wir aber gesagt, das Bild des Managers hat sich verändert. Es gibt schon mehr Fitte als andere. Betrifft das eigentlich nur die Manager, Herr Matschukat? Oder wie ist das zum Beispiel in der Politik? Hat sich da auch etwas verändert, was Körperlichkeit angeht? Also der Manager ist natürlich der Prototyp und das Paradebeispiel. Aber das kann man auch unter Politikern beobachten. Und das gilt aber natürlich immer nicht durchgehend. Aber Verschiebungen kann man da schon sehen. Man kann es aber auch zum Beispiel bei Hochschullehrern beobachten. Also auch in Ihrem Kollegium sozusagen? Ja, durchaus. Also da ist Ausdauersport sehr beliebt. Sie sind auch Radfahrer, muss man sagen? Ich bin auch Radfahrer. Und ehrlich gestanden, ich kenne mittlerweile wenige, vor allem männliche Kollegen, die nicht Radfahrer sind. Also und gerade jetzt in Corona-Zeiten hat man das ja auch wieder gesehen, also dass unglaublich viele Leute draußen unterwegs sind. Wie sind Sie denn unterwegs? Also erstmal bestehe ich darauf, dass ich Fußballer bin. Das will ich an der Ecke nochmal sagen. Ja. Da komme ich her. Welche Position? Welche Position? Also je weniger Talent, umso mehr. Das war zumindest und ist bis heute meine Theorie. Versuchst du die große Klappe einzusetzen und gerierst dich so als Spielmacher. Ob dafür dann auch noch das Talent groß genug ist, weiß ich. Klassischer Zehner. Und wie sieht denn heute Ihr Tag aus, wenn wir jetzt mal über Sport, Ihren Körper und so weiter reden? Das ist mir jetzt echt ein bisschen peinlich, weil Daniel jetzt mir so die Story geklaut hat. Bei mir ist sie aber notgedrungen so, dass ich auch sehr früh aufstehe. Ich brauche meinen Sport, um eigentlich den Tag vorzubereiten, wenn ich ehrlich bin, um wach zu werden. Das ist eine Art Meditation. Das ist auch ein bisschen zu mir selbst finden. Und weil eben nun mal schon der Tag bei einem Manager von vielen anderen abhängt, man ist fremdbestimmt, kannst du jetzt nicht einfach sagen, du machst die ganze Nummer mittags um zwei oder um zehn. Also stehe ich auch sehr früh auf. Also auch so um sechs, fünf, sechs? Ja, es ist auch so Richtung halb sechs, weil dann musst du erst mal noch ein paar Dinge vom Vortag. Wir haben ja so eine Sache, dass unser Geschäft leider, oder nein, ich bin froh, dass es so ist, dass unsere Kunden 24 mal sieben auch Dinge bei uns nachfragen. Und dann bleibt eben vom Vortag einiges zu tun. Das arbeite ich dann ganz schnell weg. Das hört sich jetzt dramatisch an. Das geht heute mit Smartphones also relativ gut und bringt mir dann so den Kopf frei. Und dann bin ich so um sechs Uhr auf der Piste. Was heißt das Piste? Was ist Ihre Piste? Ich versuche mir sowohl Hotels so auszuwählen, dass da eine Laufstrecke ist. Und das ist dann für mich so unter der Woche die Piste, dann laufen zu können. Und zu Hause wohnen wir mitten im Wald. Also da geht das sowieso so. Und dann troll ich da mal los. Und wenn Sie dann so lostrollen, schalten Sie dann ab? Haben Sie Musik auf den Ohren? Denken Sie dann trotzdem weiter an den Beruf? Holen Sie uns mal rein in Ihren? Ja, also auf jeden Fall. Darunter leidet auch meine Frau, die Katja. Und wir haben eine tolle Beziehung. Aber den einen Punkt würde sie bei mir bestimmt wegwünschen. Ich brauche immer Beschallung. Also auf jeden Fall ist Spotify immer dabei. Und die Musik ist immer dabei. Aber das ist eigentlich so der Hintergrund. Und wenn ich dann, und früher waren sicherlich auch Leistungsparamen der Geschwindigkeit, Herzfrequenz und so weiter. Das spielt für mich alles überhaupt keine Rolle mehr. Ich sage wirklich das Wort Drollen, weil auch das ein mit dem Körpergefühl in sich harmonisches, stimmiges Tempo und Laufbild sein muss. Und da denke ich erst mal gar nicht. Und ich glaube so drei Phasen bei meiner Lauferei, vielleicht sagen wir mal so anderthalb Stunden. Und die erste halbe Stunde werde ich einfach wach. Und was da so im Kopf passiert, weder programmiere ich das, noch nehme ich was vor. Das ist so ein teilweise Vortag verarbeiten oder auch nicht. Oder einfach an die Gegend rumgucken, ist alles so schön. Es ist angenehm kühl, ich genieße die Umgebung, es macht Spaß, es rollt gut, es läuft gut. Und dann merke ich so und dann denke ich, hoppla, jetzt denkst du was. Und dieses Denken sind dann meistens Themen der Woche aktueller oder auch der Vortage, wo noch gewisse Entscheidungen oder Themen in dir gären. Und die kannst du dann extrem gut und auch mit deiner Intuition verarbeiten. Und das lasse ich dann einfach auch zu. Und zum Teil führe ich da auch Dialoge mit Kollegen, mit Kunden, mit Mitarbeitern oder bereite auch Vorträge vor. Also ich habe mittlerweile, das ist ein echt toller Luxus an der Lauferei. Du kannst wirklich dir etwas so in den Kopf nehmen, auch im Text, dass du das im Laufenden, aber das ist kein Zwingen. Ich sage jetzt nicht, heute musst du eine halbe Stunde deine Rede üben, sondern das passiert automatisch. Du feilst an ihr und dann so die letzte halbe Stunde landest du dann irgendwie so wieder. Und das hat dann schon so ein bisschen damit zu tun, dass du den Tag organisierst und dann sagst, was passiert jetzt als nächstes. Und das ist so ein bisschen dann auch wie beim Triathlon, also ich packe sehr viel rein in diese frühe Morgenstunde, seit ich immer knapp dran bin, dann denke ich so, jetzt musst du also auf dem Weg zur Dusche schnell noch die drei Dinge, die du dir gerade gemerkt hast, irgendwie loswerden, die müssen noch ins Büro. Das hast du dir vergessen, jetzt einen Computer zu geben. Dann nimm noch gerade auf dem Weg zur Dusche das und das mit und dann bin ich schon wieder komplett im Organisieren. Aber der Punkt ist ja, ich meine, wir haben ja gesehen, das kann für unterschiedliche Dinge stehen. Es kann für eine Zeit stehen, Fitness machen, irgendwas machen für mich, um irgendwie eine Balance zu finden, was auch immer. Es hat aber auch etwas, was mit Vergleich, mit Wettbewerb, Vergleich mit mir oder Vergleich mit anderen zu tun hat. Sie sind ja auch Triathlet, Sie sind auch Marathonläufer. Leben Sie da nicht auch einen Wettkämpfer aus, der entweder einer Zeit nachjagt oder auch gut sein will? Also erstmal, da muss ich ganz ehrlich sein, auch mit allen hier, die das jetzt sehen, meine Leistungssportzeit ist lange over. Ich habe Triathlon gemacht, ich habe Marathons gemacht und natürlich war da die Zeit, hat eine Rolle gespielt. Mein sportlicher Ehrgeiz und ich bin gerne ein Wettkampftyp und bin auch, glaube ich, ein guter Wettkampftyp, aber die ist im Moment auf den Spielsport konzentriert. Also ich nehme sehr ernst, wie wir Freitagsfußball spielen, aber wenn ich mit Freunden Tennis spiele, dann ist das nicht nur, um angetreten zu sein, also da geht es durchaus auch um das Resultat. Aber bei dem Thema Laufen, Ausgleich, Fahrradfahren, erstmal genieße ich das per se, das ist wirklich Zeit für mich. Die brauche ich auch, die gibt mir eine Energie zurück. Und in dem Wettkampfsport investierst du sehr viel Energie ins Ergebnis. Und das möchte ich heute eigentlich nicht tun. Wir reden ja auch über so einen Zeitverlauf. Wie nehmen Sie eigentlich jetzt so die nachfolgende Generation wahr? Sind die auch so ehrgeizig, so, haben die so einen Biss? Boah, ich will da jetzt gar kein Pauschalurteil fällen. Ich glaube, es ist heute schon so, dass jeder dieses Körperbewusstsein so weit entwickelt hat, dass er versteht. Und das ist ja nicht nur ein Spruch, gesunder Geist im gesunden Körper. Also das ist der eine Teil, wo für uns Manager oder Geist, geistig arbeiten klingt so jetzt auch ganz hoch, aber jeder, der jetzt vielleicht nicht körperlich arbeitet, versteht, er braucht seinen Kopf. Und der Kopf, der braucht eine Basis. Und die Basis ist der Körper. Und der muss eine gewisse Belastbarkeit haben. Und diesem, auch nicht religiösen Mantra, das würde ich gar nicht sagen, sondern vernünftigen Grundgedanken folgen immer mehr. Und das halte ich auch für vernünftig, weil man damit einfach auch gesünder bleibt. Und ich glaube, in Summe, das, was ich schon erkenne, und das halte ich auch für richtig und gut, ist das Bewusstsein, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Das ist sehr breit und sehr stabil geworden. Wenn man das so sieht, es gab ja mal eine Zeit, da waren wir als Generation sehr stark auf die Arbeit fokussiert. Arbeit ging vor allem. Die heutige Generation sagt vielmehr Work-Life-Balance, ich möchte das im Einklang haben. Wenn wir jetzt merken, es gibt einen Fitnesstrend, glauben Sie, dass es da auch eine Gegenbewegung geben wird? Das heißt, also jetzt mal nicht übertreiben, jeder soll nach seiner Fasson sich wohlfühlen? Oder sehen Sie es eher so, dass wir weiter auf dem Weg der Selbstoptimierung sind? Naja, es gibt ja die Body-Positivity-Bewegung, die genau das sagt. Schau in den Spiegel und feier dich selbst. Also jeder Körper ist ein schöner Körper, jeder ist ein Körper, mit dem man zufrieden sein sollte. Und das ist schon eine Bewegung, die in den letzten Jahren sehr viel auch an Dynamik hinzugewonnen hat. Was ich da aber wieder auch auffällig finde, ist etwas, was ja eben in dem Gespräch auch schon deutlich wurde, was Sie auch angesprochen haben, dass der Körper auch wieder im Zentrum steht. Also so ein, damit gar nichts zu tun haben, gar nicht affiziert sein, das überhaupt nicht wahrnehmen für sich oder so. Also das wäre vielleicht tatsächlich eine Gegenbewegung, die dann auf eine gewisse Art und Weise von dieser großen Fitnessdynamik unabhängiger wird. Hatten wir das eigentlich jemals, dass der Körper quasi nicht wahrgenommen wurde? Denn Sie haben ja auch gesagt, früher, als die Körperfülle modern war, stand die ja auch wieder für Erfolg und für Wohlstand. Also wird der Körper immer das sein, worüber man irgendwas definiert? Also, naja, wir tun uns immer schwer mit immer und nie. Aber ich würde mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass es keine Gesellschaft gibt, die nicht irgendwie über den Körper konstituiert wird. Aber diese Idee, dass wir glauben, unsere Körper bilden zu können, im Griff haben, dass wir daran arbeiten müssen, dass sie Ausdruck dessen sind, was wir sind, und das ist schon eine Idee, die für eine ganz spezifische Gesellschaft, nämlich unsere, in den letzten 50 Jahren, und wenn man weiter zurückgeht, 150 Jahren, sehr typisch ist. Sie laufen morgens, aber Sie wollten kurz noch? Ja, ich finde aber, jede Bewegung hat ja auch eine Gegenbewegung. Also in der Werbung, ich finde es so schön, früher Plus-Size-Model, das waren ja, da hat man so, oh Gott, Plus-Size-Model, mittlerweile ist das ganz normal. Und auch in der Werbung, gerade jetzt, was mit Frauen zu tun hat, sieht man sehr oft auch Frauen, die tatsächlich, ne, also einfach ein bisschen mehr haben und auch da so einen ganzen Querschnitt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich schon, das finde ich auch, ne, die natürliche Frau auch darzustellen, die auch mal Dellen und Macken haben kann oder wie auch immer. Ich glaube, das hat man schon tatsächlich jetzt auch als Bewegung. Und das ist viel, viel, viel häufiger jetzt gerade der Fall als vor noch ein paar Jahren. Genau wie mit grauen Haaren, dass sich viele mit grauen Haaren zeigen, was irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie noch, oh Gott, ne. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sind Sie eher dann so diszipliniert durchgehend, wie Sie das beschreiben, halb sechs aufstehen und so weiter? Oder lassen Sie es auch mal krachen? Also ich komme ja aus Saarbrücken, nahe der französischen Grenze. Wir lassen es uns dort immer gut gehen. Also wir genießen das Leben, aber ich glaube, das musst du als Mensch auch. Work-Life-Balance würde ich jetzt gar nicht mehr als eine, allein auf eine neue Generation übertragen, sondern jeder spürt ja für sich, wo er für sich irgendwo einen Ausgleich braucht. Und den sollte er auch finden. Also ich habe absolut meine Zeiten und auch Dinge, wo ich genieße. Und zwar übrigens jetzt gar nicht mal beschränkt, jetzt nur auf das Wochenende, das passiert auch unter der Woche. Und das kann auch ganz spontan passieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es bewusst tut. Dass man dann, wenn du mit Freunden auch feiern gehst, dann solltest du das bewusst tun. Dann möchte ich mich auch nicht verkrampfen und auch einschränken. Und ich möchte auch nicht bei einem Essen überlegen, ist das jetzt tatsächlich Ernährung oder ist es tatsächlich ein gutes Essen. Letzteres wäre dann der Fall. Und bei einem Wein ist es so, dass ich den auch genießen möchte und genießen kann, ohne dass ich denke, es musste morgen dann aber zehn Kilometer mehr laufen. Also das ist schon das, was ich mir versuche anzugewöhnen. Und das Ganze muss natürlich auch in der Balance so sein, dass du dich dabei auch wohlfühlst. Wenn du jeden Tag feiern gehst, wird auch nichts draus. Und Zeit für Familie bleibt auch? Ja, also da glaube ich, habe ich gut die Kurve gekriegt. Sie waren mal aus der Kurve fast draus. Das muss man sagen. Also Triathlon ist jetzt nicht unbedingt ein familienförderlicher Sport aufgrund der Trainingzeit. Das mache ich mittlerweile eben wirklich so, dass mit Katja, mit der Familie das auch in Einklang zu bringen ist. Also ich schaue zum Beispiel, wenn ich die Fahrradtouren mache, dann fahren wir meistens dann ins Wochenendhaus. Sie fährt dann mit dem Auto, ich fahre mit dem Fahrrad. Dann treffen wir uns dort und dann hat jeder das Ziel erreicht und der eine hat ein anderes Fortbewegungsmittel genutzt. Aber das möchte ich auch gar nicht anders. Können Sie denn auch einfach mal so nichts tun? Oh, ich bin total faul und gerne faul. Ich würde auch sagen, Hedonismus ist nicht meine schwächste ausgeprägte Eigenschaft. Aber auch das musst du eben in Einklang bringen mit all den Anforderungen. Ich habe einen Beruf, den ich unheimlich liebe. Ich habe auch eine Berufung, die mich ausfüllt. Und für die brenne ich, für die lebe. Ich möchte schon da einen guten Job auch machen, für meine Menschen und Mitarbeiter auch da sein, für die Kunden. Und dem widme ich natürlich auch viel. Und ich glaube, da steckt dann auch so die Balance drin, dass du Kraft findest, dir das gut zu machen und deswegen eben auch feiern, ausruhen, faul sein, konzentriert sein, investieren, lernen. Alles in einem guten Maße. Wie gut können Sie das, Herr Aminati? Einfach mal faulenz? Ähm, ja. Doch im Urlaub kann ich das ganz gut. Im Ausnahmezustand wie im Urlaub. Nee, vor allen Dingen ist, also die Balance ist extrem wichtig. Also von daher sich einfach mal Auszeiten zu gönnen. Wie gesagt, ich habe eben auch schon gesagt, ich schreibe ganz gerne, ich lese sehr, sehr gerne. Und das ist schon für mich eine Lebensqualität, auch mal loszulassen. Was haben Sie mitgenommen aus der Runde, Herr Oberländer? Ja, ich habe sehr viel gelernt. Äh, von allen hier in der Runde. Und wenn ich jetzt sagen möchte, wann ich faulenze am Morgen. Ich bin am Morgen nicht zu haben. Am Morgen schlafe ich aus, solange ich schlafen kann. Und dann bin ich am Computer und erledige so, lerne vielleicht noch etwas Text, aber ich faulenze. Und mein Tag fängt erst um 12 Uhr an. Ja, wunderbar. Wann fängt Ihr Tag an? So kurz nach sieben. Und können Sie denn auch mal einfach so die alles von sich strecken? Das kann ich, da bin ich gut drin. Und was hat Sie, wer oder was hat Sie inspiriert heute? Also ich finde die ganze Runde super interessant, vor allen Dingen, weil man sieht, jeder geht so seinen Weg und die sind irgendwo schon sehr unterschiedlich. Und trotzdem kommt man so auf denselben Nenner. Also es ist wirklich darum geht, dass der Körper gesund ist und dass man was für sich tut. Da sind wir alle einer Meinung und jeder kommt halt anders ans Ziel, sagen wir mal so. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, dass jeder halt für sich seinen Weg finden muss. Nach all dem, was wir so über Körper geredet haben, was sollte im Leben noch wichtiger sein? Also ich finde, das ist tatsächlich, alle Säulen sollten drin vorhanden sein. Und dieses Ausgewogene und diese Balance und tatsächlich nicht das nur um sich selbst kreisen, sondern auch Zeit für Gesellschaft, Zeit für Familie, Zeit zum Faulenzen. Ich glaube, das ist es. Und vielleicht nehme ich euch beide mal mit als Wecker, dass ich um 5 Uhr morgens aufstehen kann, weil ich bin total der Nachtmensch. Ich fände es mal gut, dass man auch den Morgen für mich was nutzt. Es gibt Eulen und Lärchen, sage ich mal. Mein Körper, mein Kapital. Vielen Dank an diese Runde, vielen Dank an all unsere Gäste. Jetzt übrigens die Spätschicht, unter anderem mit Johann König und Martin Frank. Und wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Mein zweites Leben. Bis zum nächsten Freitag. Danke nochmal an alle hier. Schönen Abend noch. Bis bald in Ihrem Nachtcafé.